Einen wunderschönen guten Tag zu die Ratsherren Folge 39, mein Name ist Robin Schweiger, mir gegenüber, diesmal wirklich, könnt ihr diesmal auch überprüfen, sitzt Mats Leubner, mehr habe ich nichts zu sagen, das ist lange her, dass ich das letzte Mal ein Ratsherren-Intro eingesprochen habe und während ich gerade zur Begrüßung ansetzte, fiel mir auf, dass ich absolut nichts weiteres zu sagen habe. Und damit herzlich willkommen bei dieser neuen Folge. Und das gilt für deine gesamte, für alles, was jetzt noch kommt in der nächsten Stunde. Ich meine, das gilt für meine gesamte Karriere der letzten sieben Jahre, trotzdem sitze ich noch hier. Ach, da gibt es so viele Politiker, wo man denkt, ihr habt doch nichts Witzes und schon sind wir wieder Politiker geworden. Schon gehört, dass Martin Schulz, ich wollte gerade sagen Martin Schmidt, aber der springt glaube ich Ski, dass Martin Schulz jetzt Minister werden will. Lass uns doch nicht die heißen Themen, über die wir sicherlich noch mindestens halbstündig reden können. Martin Schulz fragt, welcher Minister soll ich werden? Martin Schulz will Skispringen? Hatte ich das jetzt richtig verstanden? Martin Schmidt war der Skispringer. Ich dachte, Martin Schulz möchte jetzt Skispringer werden. Alternative Karriere. Ach, das wäre vielleicht Kanada so ein bisschen besser. Naja, hey, kontroverse Meinungen. Hallo, liebe Zuhörerinnen und auch Zuhörer, da sind wir. Und auch hallo YouTube, denn an dieser Stelle schon mal der unauffällige Verweis, wenn ihr das hier nur hört. Man kann uns jetzt auch mal sehen auf YouTube, nämlich der YouTube-Kanal der Superkreuzburg. Hey. Da gibst du gleich noch ein bisschen mehr. Wird alles vielleicht ein bisschen konfus, aber wundert euch nicht. Auf jeden Fall sind wir da zu sehen, diese Folge mal beispielhaft, könnte man sagen. Ich möchte auch ganz transparent hier arbeiten und offenbaren, dass das gerade nicht die Abbildung der Realität ist. Ich sitze gerade das erste Mal hier. Das ist auch für mich eine völlig neue Situation. Aber jetzt nicht in diesem Studio, sondern auf der Seite vom... Richtig. Normalerweise sitze ich auf dem Stuhl, auf dem der Mats sitzt und Mats sitzt hier. Und dass ich das gerade von hier aus sehe, also ich habe halt die Tür immer viel mehr im Blick. Das macht mich ein bisschen nervös, ob da gleich einer durchbricht. Aber ist das nicht andersrum, dass man normalerweise, wenn man mit dem Rücken zur Tür sitzt, die ganze Zeit denkt, gleich kommt einer und... Aber ich weiß ja, du siehst das und du bist stärker, größer, schneller und charmanter als ich. Das ist alles größer, ja, stärker, weiß ich nicht. Deswegen kannst du da schneller reagieren. Außerdem kann man ja über eure Decke gucken, das seht ihr jetzt nicht. Aber das ist irgendwie komisch, dass eure Decke nicht... Das sieht man tatsächlich doch ein bisschen. Also wie krass, diese Kamera. Dass die Wand nicht bis zur Decke reicht, verwirrt mich sehr. Das kann kein Feuerschutz... Ist es nicht andersrum eigentlich? Dass die Wand nicht bis zur Decke reicht? Die Decke nicht zur Wand reicht? Ich weiß es nicht. Nee, die ist tatsächlich geschlossen, aber das ist so eine Art, wie sagt man, so ein Unterboden, könnte man fast sagen. Da kann man auch Sachen verschauen. Ja, ich... Hallo, jetzt brauche ich euer Geld. Nee. Warum sind wir zu sehen bei der Supercrossburg? Nun, folgendes. Es hat sich ein bisschen was geändert bei mir beruflich. Ich habe ja noch, haben wir ja auch schon eins nochmal erwähnt, nebenbei mit dem Sebastian dieses YouTube-Projekt der Supercrossburg. Wir machen da Videos über super, super Videospiele. Über Supercrossburg. Über super Sachen, wollte ich sagen. Aber ich spezifiziere das auch mal. Und auch Podcasts. Unter anderem haben wir da gerade was Neues zum Thema Film. Aber im Zuge dieser Umstellung, wo wir gesagt haben, wir möchten das alles noch ein bisschen professionalisieren, neue Website aufgebaut und dies und das und jenes. Und wir haben gesagt, wie können wir das dann alles mal ein bisschen zusammenholen? Denn wir produzieren die Ratsherren hier bei Bose Park Productions. Ein sehr renommiertes Podcaststudio in Berlin, wo ich tatsächlich auch arbeite. Deswegen sage ich es aber nicht, weil es ist tatsächlich sehr renommiert und gut. Ich weiß nicht, ob es renommiert ist. Es ist auf jeden Fall ein gutes Podcaststudio. Und in dem Zuge haben wir ein paar Sachen umgestellt. Und wir möchten, da kommt Robin jetzt ins Spiel, die Ratsherren wieder regelmäßiger machen. Weil wir merken, dass wir im Alltag all die Dinge, die wir zu erzählen haben und all die Probleme, die wir gerne lösen möchten, das kriegen wir im Alltag nicht mehr unter Dächtung. Meine Mitbewohner sind es langsam leid. Ja, so. Dass ich einfach ständig einfach sage, ey, wisst ihr eigentlich, ich habe es ja schon gehört, in Norwegen gibt es jetzt neue Pferde. Und dann sagen sie halt, nee, und dann ist die Diskussion vorbei. Dann googeln die das und stellen fest, das stimmt gar nicht. Das wird nicht aufgefangen wie von dir, wo du fragst, wirklich haben die Hörner? Und dann sage ich, ja. Und dann spannt sich eine lustige Diskussion, von der noch in fünf Jahren Leute auf Twitter fröhlich berichten werden. Das ist ja das Konzept von Ratsherren. Meine Mitbewohner machen da nie mit. Falls ihr gerade mithört, Mitbewohner, shame on you. Oh, ich habe so viel schöne Sachen noch. Worauf ich hinaus wollte, das Ganze läuft jetzt hier bei der Superkotzburg. Das heißt, auch wenn ihr diesen Podcast über Hooked abonniert habt, also da vielleicht Manuel, äh, Manuel. Manuel. Weil der Manuel heißt, konnte er auch. Wo Manuel euch den RSS-Feed gegeben hat. Das müsstet ihr jetzt manuell nochmal ändern. Wenn ihr das über iTunes oder sonst was hört, hat sich das alles automatisch erledigt. Nur wenn ihr den manuell bei eurem Podcast-Catcher eingegeben habt, das müsstet ihr jetzt nochmal neu machen. Diese Folge wird aber auch nochmal bei Hooked kommen, einfach um die Leute noch abzuholen, um zu sagen, hallo, wir sind jetzt auch noch woanders. Was, alle anderen können sehr gerne bei der Superkotzburg.de mal vorbeigucken, da dann unser Rat. Sehr schöne Webseite. Sehr schöne Webseite, habe ich auch ein bisschen was reingesteckt. Was ich aber damit sagen möchte, wie kriegen wir es hin, dass dieser Podcast regelmäßiger läuft? Erster Schritt, kann ich den Ton hier leiser machen, weil ansonsten habe ich fern Ohren mehr danach. Da kannst du an diesem Rädchen drehen, aber nach links, nicht in die Nachricht. Also nach, was sagst du? Sehr gut, jetzt kann ich wieder Dinge hören. Nach Westen. Links ist immer Westen, genau. Genau, nach Westen drehen. Links ist da, wo der Daumen Westen ist. Mhm, grün ist da, glaube ich, oder sowas. Deswegen haben die Boote auch immer zwei Fahrer. Das war mega verwirrend, oft sauer. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie kriegen wir das Ding, das regelmäßig ist? Wir haben laufende Kosten und dadurch, dass wir eine Patreon-Kampagne bei der Super-Kurzburg haben, wo jetzt endlich die Rädchen jetzt auch laufen, ist natürlich der Schritt naheliegend, dass wir sagen, ey, pass auf, wir integrieren das in die Super-Kurzburg und setzen auch ein Stretch-Goal, womit wir dann, wenn wir dieses Stretch-Goal erreichen, tatsächlich regelmäßig einmal im Monat eine Folge hinkriegen, weil ich möchte auch sehr gerne, dass Robin an dieser Sache beteiligt ist, weil der investiert hier letztendlich auch Arbeitszeit. Und wir möchten so ein bisschen weg davon, dass das alles hier über die Privatzeit läuft, weil da habe ich selbst auch die Erfahrung gemacht. Sehr gut. Bei YouTube hatten wir jetzt einen Bonus gehabt, weil man hat gesehen, wie Robin versucht hat mit seiner... Zu viel Technik in der Nähe. Ja, das ist alles, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Genau, wir möchten eben auch, dass Robin seine Arbeitszeit hier ein bisschen vergütet bekommt, dass wir das Studio, was wir jetzt tatsächlich dann auch gemietet haben, für diese ganze Geschichte auch bezahlt bekommen. Das heißt, da werden wir eben bei Patreon entsprechendes Scratch-Goal, ein Scratch-Goal, das haben wir jetzt da. Ja, und das liegt bei, sage und schreibe, 1.000 Dollar. 1.000 Mark. 1.000 Mark. Klingt erstmal viel, ist es aber tatsächlich gar nicht, also mehr, weil wir sind schon bei 630 und bei diesen 630 ist der Hauptteil eigentlich die 600 bei mir, weil ich eben finanziellen Ausgleich dafür habe, dass ich jetzt einmal in der Woche einen Tag in die Superkreuzburg und damit auch beispielsweise in die Razien investieren kann. Klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen verwirrend, vielleicht? Nö, ist eigentlich simpel. Eigentlich war es simpel. Wenn ihr mit der Superkreuzburg 1.000 Dollar auf Patreon erreicht, gab es die Razien regelmäßig. Und auch in Videoform, wenn das cool ankommt. Wenn nicht, dann... Oh Gott, die sehen ja so aus, das ist ja mega schlimm. Genau, deswegen, falls ihr... Oder er sieht so aus, das ist ja mega schlimm. Ihr könnt euch das vorher überlegen, ob ihr das Mysterium von den großen, braunen, gebräunten Typen mit Haaren... Ich meine, Groß, Haare, bisher beschreibst du dich einfach nur selbst, du Arsch. Ich fühle mich ausgeschlossen. Wenn ich dich ansehe, sehe ich einen Spiegelbild und was auch immer. Was meinst du, prozentual? Wie viele Leute, die die Razien hören, haben uns noch nie gesehen? Oh, das ist eine gute Frage. Also da sind wir schon bei der... Meinst du, erreichen wir 10%? Ich weiß es gar nicht. Also ich kann mir mittlerweile vorstellen, dass wir über unseren Dunstkreis hinaus sind. Wir sind ja Stars im deutschen Internet, muss man ja ganz klar so sagen. Also schon noch nicht Superstars. Wir sind die Dagi-Bs der deutschen Videospiel-Szene. Dagi-B heißen die auch. Ja, was? Wir sind die Dagi-Bs der deutschen Videospiel-Szene. Kann man schon so sagen. Auch von der Kompetenz her. Kann man so sagen. Weiß nicht, ob man muss, aber ist in Ordnung. Also ich gestehe dir das hier gerne zu. Ich glaube, wir erreichen mittlerweile auch Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, was zum Beispiel Hooked ist oder was die Superkreuzburg ist. How dare they? Ja, so, da muss man an der Stelle auch mal sagen. So geht es ja nun nicht. Also zumindest habe ich schon ein paar sehr schöne Geschichten gehört. Ich habe auch wieder ein paar schöne Fragen und so weiter raus. Weil, falls uns Leute jetzt zum allerersten Mal hören, kann ja auch passieren, was machen wir überhaupt hier, Robin? Oh, wir beantworten Fragen teilweise. Also ursprünglich war das Konzept, wir beantworten einfach Fragen. Und dann wurde das Konzept, ich habe aber auch so viel Blödsinn zu sagen. Also sagen wir erstmal viel Blödsinn und dann beantworten wir Fragen. Diese Fragen beantworten wir allerdings in einer solchen Ausführlichkeit und Kompetenz. Das ist eigentlich, also sowas gab es noch nicht in Deutschland. Domian hat ja abgedankt, weil er gesagt hat, ich sehe einfach nicht, wo ich noch irgendwie Wert in die deutsche Gesellschaft bringen soll. Jetzt, wo die Ratsherren am Horizont stehen, das gab es ja noch nicht. Aber wir haben uns natürlich bei ihm gemeldet und gesagt, hey, in zwei Jahren wollen wir damit anfangen, Deutschland besser zu machen. Hat er halt gesagt, ja, okay, ich habe es jetzt seit 20 Jahren nicht geschafft, dann überlasse ich euch das mal. Und ja, ich habe viele persönliche Briefe, Mails, Anrufe schon bekommen von Leuten, die gesagt haben, Robin, du da von Ratsherren, also du hast mir wirklich privat viel geholfen. Geld gab es da nie, komischerweise, egal wie oft ich nachgefragt habe. Aber das ist das Grundkonzept und ich will halt, also der Reichtum kommt bestimmt irgendwann noch später. Ja, wir lügen auch gar nicht so viel, wie man denken sollte. Also vielleicht sollten wir mehr lügen. Das könnte uns, für uns gut sein, aber wir reden schon sehr, sehr viel. Wir haben auf jeden Fall ziemlich gute Ratschläge, die wir selber auch auf jeden Fall befolgen. Ja, also Lügen tun wir ja eigentlich nicht. Richtig. Zum Beispiel eine Wahrheit kurz. Ich bin mir nicht sicher, Tom, also kurzer Blick an die Kulissen. Mats hat mir gerade vorgeschlagen, dass ich diese unbekannte Sorte Cola, eine Cola eines unbekannten, gibt es hier Regeln, wo wir auf Video sind, dass man keine Werbung machen darf oder so? Ich weiß es nicht, wenn du jetzt nicht sagst, das ist also diese, also das ist die beste. Das ist schwarzes Wasser. Dieses schwarze Wasser wollte Mats, dass ich das in diese Tasse trinke, in diese Tasche, 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 Tasche schütte. Wortgewandt sind wir heute, du hast es auch lange nicht mehr gehabt jetzt. Ich rede vor allem seit 11 Uhr heute Morgen durchgehen, ich bin ein bisschen fertig mit der Welt. Dass ich diese Cola in diese Tasse schütte und dann diese Cola aus dieser Tasse heraus trinke, was für mich einfach konzeptuell schon extrem seltsam ist, weil ich Cola noch nie aus einer Tasse getrunken habe, weil Cola doch in ein Glas gehört. Da war jetzt gerade meine Frage, siehst du denn einen großen Unterschied zwischen Tassen und Gläsern? Ja, natürlich, also das Mouthfeeling ist ja komplett unterschiedlich. Ja. Tassen sind für Tee, Kaffee, Kakao da. Kakao aus einem Glas zum Beispiel, abartig. Was bist du für ein Barbar? Monster, geh raus aus Deutschland. Milch? Milch, das ist, da wird es interessant. Milch ist auch ein Glasgetränk, eindeutig. Aber da kann ich, also ich habe tatsächlich erst vorgestern Milch aus einer Tasse getrunken, weil ich gerade Oreos gegessen habe, deswegen hatte ich da noch Milch übrig danach, deswegen habe ich hier aus der Tasse getrunken, weil ich kein Glas hatte. Das ist okay. Ich würde jetzt aber, wenn ich eine Flasche Cola da stehen habe und kein Glas im Schrank habe, würde ich diese Cola eher aus der Flasche trinken, als sie in eine Tasse zu schütten. Aber wenn du, ach, eigentlich ist es mir auch egal. Du kannst machen, was du möchtest. Ich probiere es mal. Weißt du, ich bin experimentierfreudig. Ich fand es nur schön, wenn wir hier beide mit so Becherchen sitzen, hat das irgendwie noch so einen etwas heimigeren, heimigeren. Welche hast du denn eine ganz andere Geschichte? Wenn ihr ähnliche Probleme habt oder Anmerkungen habt oder Geschichten habt, ihr könnt uns die mitteilen, beziehungsweise solltet ihr auch, denn ansonsten sitzen wir hier und erzählen den ganzen Tag nur über Getränke aus irgendwelchen Dingern. Ach, du wolltest, dass ich das mache, ne? Unter anderem, wie wollte ich dich eigentlich darauf hinleiten, dass du sagst, wie könnt ihr uns eigentlich erreichen? Ja, ist eine Weile her, tut mir leid. Zum Beispiel per Mail, diratsherrn at gmail.com, über Twitter sind wir natürlich sehr gerne auch erreichbar, diratsherrn sind wir da logischerweise. Über Ask.fm, da gucke ich tatsächlich auch immer noch regelmäßig hin und das funktioniert auch sehr gut, also ask.fm slash diratsherrn. Oder, und wenn ihr alles gesammelt haben wollt oder es nicht mehr wisst, könnt ihr ab jetzt auch bei der Superkurzburg vorbeigucken. Was? Ich glaube, es ist superkurzburg.de slash diratsherrn. Da ist alles nochmal aufgelistet und ich glaube, ein Formular habe ich da nicht eingebaut, aber da gibt es auch alle Folgen übrigens und so, das habe ich sehr, da bin ich ein bisschen stolz auf. Dass es vor allem technisch funktioniert, weil du glaubst nicht, was das für ein Hustle war, da alle Folgen einzubauen, das war ganz, ganz, ganz furchtbar. Aber, das soll euch ja nicht stören, immerhin ist jetzt noch YouTube dabei, das ist nochmal eine Stufe drüber, kann man finde ich auch mal machen, weil das wäre auch eine Sache, die ich sehr gerne beibehalten würde, auch so als Bonus quasi, ja, wenn das Ganze, hoppla, wenn das Ganze nämlich so ein bisschen gegenfinanziert ist und wir das regelmäßig machen können, dann kann man nämlich auch mal sagen, hier, so schön hier und wenn uns mal was geschickt ist, das ist ja mal eine schöne Sache. So, ich würde allerdings die Leute bitten, ich möchte jetzt nicht in den, wir sind ja in der iTunes Chartplatzierung oft auch ganz oben dabei und besiegen alle anderen. Jetzt, wo wir auf YouTube sind, möchte ich nicht, dass alle Leute von da weggehen und uns auf YouTube gucken. Das heißt, ich verlange von allen, die uns auf YouTube gucken, dass ihr gleichzeitig auch eure Podcasts weiterhin dort runterladet, einfach damit wir in der Rangeliste weiter oben sind und wir unser Selbstwertgefühl trotzdem noch beibehalten können. Ich, man kann das ja parallel einfach laufen lassen, also sowohl einmal bei iTunes als auch auf dem normalen, obwohl normaler Podcast ist, Podcastcatcher ist egal, weil das, das, das würde nicht gefehlt. Bist du sicher? Naja, weil nicht bei iTunes oder so. Aus S-Feed und so? Nee, das geht ja nicht über iTunes. Ich weiß nicht, was ein R-S-Feed ist, ich sag das immer. R-S-S-Feed. Ja. Der wird automatisch generiert und erfasst quasi die Beiträge, in denen dann MP3s und so weiter sind, als, als Folgen. Okay. Und greift die automatisch ab, ist aber nur eine Weiterverleitung. Also in dieser R-S-S-Feed sind keine Daten gespeichert. R-S-S? Das weiß ich nicht, da bin ich kein Informatiker. Ich nehme mal an, das ist, das ist so eine gute Frage, was ist R-S-S-Feed? Also ein R, zwei S. Royal fällt mir direkt ein, weil das ein schönes Wort ist. Meistens heißt, wenn jetzt bei McDonalds ist, wenn R drin ist, kann es oft Royal heißen. Dann ist es leckerer. Ich kaufe nur Burger mit R. Royal, also Royal fiel ich schon mal gut, weil das halt auch so was Königliches. Ja, Royal S-S würde ich auch bleiben. Bleiben wir dabei. Royal S-S. Uns wurden Fragen geschickt, Robin, und zwar echt nicht wenige. Ich habe hier fünf Seiten. Alter! Ich weiß, eigentlich bist du dran mit Fragen suchen, das wird dem einen oder anderen jetzt aufgefallen sein. Aber Robin hatte, wie gesagt, sehr, sehr viel zu tun gehabt heute. Also wir haben es jetzt halb sieben, sieben irgendwie. Und seit heute Morgen elf Uhr bin ich wirklich durchgehend in Aufnahmen. Deswegen trinke ich auch gerade meine zweite Cola heute. Also so kleine Flasche. Ich bin schon rumzappeln, aber sonst bin ich müde und das geht ja auch nicht. Sehr gut, weil ich habe, das ist weniger eine direkte Frage, es ist eine Geschichte, die uns geschickt wurde. Da musste ich sehr schmunzeln. Dann lehne ich mich mal mit meiner Tasse Kakao zurück. Sieht man mich noch auf der Kamera, weil die ist hoch. Man sieht dich auch noch, wenn du jetzt, wenn du noch weiter zurück gehst. Also richtig weit. Weiter weg. Das ist mega crazy, weil diese Kamera nur dahin guckt. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ja, das ist das, ne? Also Fischei-Linse. Man sieht da sehr viel. Das sieht man auch noch alles. Das ist der Wahnsinn. Diese Geschichte wurde uns eingeschickt von Andi. Übrigens, wenn ihr uns was schickt, schreibt am liebsten immer noch direkt dazu, ob ihr ein Problem damit habt, wenn wir euch namentlich erwähnen. Wir machen es in der Regel dann nicht, wenn es nicht dabei steht. Andi sagte aber, hallo. Gegrüßt seid ihr Veteratien. Ich weiß, ihr macht den Podcast nicht mehr als gelogen. Aber da ich die leise Hoffnung habe, dass ihr vielleicht irgendwann doch noch einmal eine Folge macht, wollte ich euch ein Thema vorschlagen. Es geht um den Tod. Genauer gesagt um Selbstmord. Moment, stopp. Sorry fürs Lachen. Genauer gesagt um versehentlichen Selbstmord. So, da haben wir gerade noch die Kurve. Du zwisst's. Ja, Moment. Um das genauer zu bereisen, möchte ich zwei Beispiele aus meiner eigenen Erfahrung anbringen. Hat er sich versehentlich schon zweimal selbst gemordet? Einmal verspürte ich eines Abends die Lust auf ein eisgekühltes Bier. Da ich nun nicht so regelmäßig Bier trinke, war natürlich keins kalt gestellt. Also legte ich zwei Flaschen ins Eisfach, damit sie schnell kalt werden und vergaß sie natürlich prompt. Einige Stunden später öffnete ich das Eisfach dann wieder und fand nur noch Scherben und gefrorenes Bier vor. Verärgert über meine Vergesslichkeit säuberte ich das Eisfach und dachte mir dann aber, hm, um das Bier wäre es ja schade. Das trinke ich jetzt noch, wenn es wieder aufgetaut ist. Und also füllte ich die Brocken aus gefrorenem Bier in ein Glas. Oh Gott, das habe ich so gern gesehen. Und wartete, bis sie auftauten. Zum Glück fiel mir noch, bevor ich trinken konnte, ein, dass die Flüssigkeit, die mit Glasscherben in Kontakt gekommen war zu trinken, vielleicht nie so eine gute Idee ist. So war ich noch einmal knapp in meinem schmerzhaften Tod entronten. Mhm. Kann ich mir vorstellen. So, Geschichte eins. Das ist auch ein unangenehmer Tod. Wie erklärst du das irgendwie irgendjemandem? Ja, ja. Der hat Scherben geschluckt. Wieso das? Ja, war der arme Gerichtsmediziner, der das dann irgendwie aufschreiben muss. Und dann irgendwie muss das den Verwandten mitgeteilt werden. Das ist anstrengend. Die zweite Geschichte handelt davon, wie ich mich einmal fast selbst geköpft hätte. Ich war noch ein sehr unerfahrener Autofahrer, als das passiert ist. Ich hatte also mein Auto geparkt und abgeschlossen und wollte gerade gehen, als ich bemerkte, dass das Fenster auf der Fahrerseite noch komplett öffnen stand. In einem Augenblick geistiger Umnachtung beugte ich mich durch das offene Fenster zur Mittelkonsole, um es zu schließen. Ich hatte meinen Finger bereits auf den Knopf, der mich wohl den Kopf gekostet hätte, als mir klar wurde, was das für eine dumme Idee dies gewähren wäre. Also, meine beiden Geschichten. Habt ihr auch solche Erlebnisse, bei denen ihr euch fast aus Dummheit selbst umgebrachtet hättet? Ich würde mich freuen, wenn es doch noch einmal eine Folge des Die Radzeilen-Podcasts geben würde, liebe Grüße Andi. Wir haben schon mal eine Freude verteilt. Als ich das gelesen habe, habe ich die ganze Zeit irgendwie so wie in so einem Kurz-Schwarz-Weiß-Film dich gesehen, wie du diese Dinge tust und noch ganz andere. Deswegen wollte ich dir das sehr gerne vortragen, ohne dass das böse klingen soll. Viele dieser Geschichten kennt ihr halt auch schon. Ich bin einmal mit dem Traktor, mit dem Spielzeugtraktor, diese Fahrradtreppe runtergefahren. Also, da gab es einen richtigen Traktor. Weißt du das noch? Ich glaube, ja, ja. Ich bin mal mit drei im richtigen Traktor. Die Kellertreppe. Die Kellertreppe, wo rechts so ein drei Zentimeter breiter, also natürlich breiter als das, aber ein sehr schmaler Weg für Fahrräder war, die man runterschieben kann. Und mein Traktor war zehnmal so breit und dann dachte ich mir, fahr jetzt runter. Und dann bin ich halt runtergefahren, hatte mein Gesicht in zwei geteilt und das war jetzt nicht so schön. Also, das war nicht so clever. Ja, das ist eigentlich ein täglicher Struggle bei mir, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe mir vor ein paar, vor einer Woche, das ist kein, also bei mir deutet eher viel in meiner, in meinem alltäglichen Leben darauf hin, dass es ein Wunder ist, dass ich noch lebe. Einfach, ich habe mich zum Beispiel vor einer Woche an meiner eigenen Hacke mit meinem, pass auf, ein großer Zeh des einen Fußes. Das rechnen wir uns wegen. Weiß ich nicht mehr. Mit einem dieser beiden großen Zehen bin ich mir vor die Hacke meines anderen Fußes gelaufen. Und zwar so stark, dass ich mir den Zehennagel abgebrochen habe und alles voller Blut war. Das ist, wie ich das... Na gut, da stirbst du nur dran, wenn du jetzt... Nein, aber da stelle ich nicht dran. Aber was ich versuche zu sagen ist, wie viele Menschen haben sich schon ihr Fuß aufgeschlagen an ihrer eigenen Hacke? Das allein macht mich schon glücklich, dass ich noch lebe. Weißt du, weil das einfach auf nicht allzu viel... Also Intelligenz ist was anderes. Ich bin sehr klug schon, würde ich sagen. Sehr klug. Aus sehr... Je öfter du das sagst, desto glaubwürdiger bist. Ich bin extrem klug. Und wirklich, also ich bin wirklich sehr, sehr klug. Boah, bin ich klug. Sehr klug also. Wo war ich stehen geblieben? Aber Lebensfähigkeit ist ja noch ein anderer Skill, der nur mit Klugheit nicht komplett zu umfassen ist. Aber ich glaube, ich habe es alles... Ich habe ja als Kind, glaube ich, irgendwie sieben Gehirnerschütterungen hinter mir. Ich habe es alles einfach als Kind irgendwie einmal ausgearbeitet. Mein Kopf hat gesagt, da teile ich aus. Klappt schon. Und wurde halt 15 Zentimeter dicker in einfach aus Vorsicht. Wie bei Boxern. Evolution. Ja. Bei Boxern ist auch ganz viel Evolution am Laufen. Können wir Kollegen mal zeigen, da ist da was draus. Und seitdem geht es eigentlich. Also ich bin... Ja, wir haben vom Auto angefahren worden, so ein bisschen in Berlin, aber es war auch nicht so richtig wild. Ne, geht eigentlich... Ein Fahrrad? Zwei, drei Geschichten? Ja, ja, genau. Das war das mit dem Fahrrad. Ich war... Ich musste einmal mit dem Fahrrad irgendwo ausgerutscht. Ach so. Ja, dann wäre ich fast auf die Hauptstraße gerutscht. Da bin ich... Da kann man auch bei sterben. Da dachte ich so, ist Winter, ist Glatteis. Naja, fährst du ein bisschen vorsichtig. Und dann Original-Fahrrad aus der Wohnung rausgeschoben. Mich drauf... Das habe ich auch schon erzählt hier. Mich draufgesetzt. Instant abgerutscht. Und dann habe ich... Drei andere Fahrradfahrer von links sind über mein Fahrrad gefallen. Ich bin fast Richtung... Das war auch spektakulär. Aber ich... Also man kann in einem Video bei GIGA sehen. In einem GIGA Gamescom Video. Ich glaube, es war die Gamescom 2012. Müsste es gewesen sein. Da sieht man in einem der Highlight-Videos, die der David geschnitten hat, mit so fescher Musik und so, wie der Jonas Weckenbock einmal fast geköpft wird. Weil der auf so einer... Wir waren auf so einer... Oh, jetzt muss ich gleich aufstoßen. Das ist dieses schwarze Wasser. Du meinst, das ist der Becher? So. Ähm... Der war auf so einer elektronischen... Treppe. Wie er wieder... Was bist du noch mal? Wie er hat man auf einer elektronischen Treppe? Rolltreppe. Eine elektronische Treppe. Hallo, ich verdiene mein Geld mit Worten. Ich wusste... Ich wusste allem meine Konzentration auftun, um nicht Leiter zu sagen. Da blieb... Ich wusste, dass es kommt. Ich habe aber gehofft, dass du was anderes meinst. Da blieb ich für das... Sei froh, dass ich keinen Aufzug mein. Also eine Rolltreppe. Da sind wir halt hochgefahren. Und der Jonas Weckenbock, der immer noch bei Giga Arbeiter, schöne Grüße, der hat sich so zurück... Also zur Seite gelehnt und hat da so die Augen zugemacht. Hat quasi auf der... Ja. So als auf der Rolltreppe? Auf dem Rolltreppengeländer? Genau, da hat er sich so Augen gelehnt und Augen zugemacht. Dann ging aber... Wie beschreibe ich das jetzt nur mit Worten? Meine Kamera, das muss ja auch ohne Kamera funktionieren. Die ging halt nach oben. Und dann ging halt, wenn du oben ankommst, musstest du dich quasi um 180 Grad drehen, einen Schritt nach rechts machen und dann ging die andere Treppe nach oben. Also es war eine Doppelrolltreppe? Quasi. Das führte aber halt dazu, dass kurz nachdem du oben angekommen bist bei der einen Rolltreppe, war halt der untere Teil der anderen Rolltreppe neben dir. Und wenn du dann quasi deinen Kopf nach links ausstrecken würdest, wirst du quasi zwischen dem Geländer, auf dem du stehst, und dem unteren Teil der Rolltreppe über dir eingeklemmt werden und einfach geköpft werden. Und er hat das halt, also irgendjemand hat mir auch, ich oder David oder sonst jemanden, haben die so kurz vorher auf die Schulter geklopft und er ist dann mit dem Stöhn irgendwie nur so ein bisschen davor geklonkt. Aber das hätte auch ganz schön blutig ausgehen können. Das ist aber auch nicht die geilste Konstruktion. Aber wäre halt ein gutes Video geworden, muss man auch dazu sagen. Das hätte viele Probleme bei Giga irgendwie gelöst. Weißt du, das wäre sehr viral gegangen. Und dann wären alle reich und glücklich geworden. Das ist, ja, wie eben. Also was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, sind so Themen, über die man vielleicht auch noch mal ein, zwei Sätze verlieren wollte. Weil ich dachte, weil virale Videos mit toten Menschen ist auch vielleicht etwas, wo man nochmal eine Kleinigkeit... Das war Absicht von mir. Das war ein absichtlicher Übergang. Das war alles ein Trick mit den Worten nicht einfallen. Ich bin ein sehr guter Podcaster. Das war alles ein Trick mit den Worten nicht einfallen. Ja, mit Worten, das hat das. Auch falls ihr das als Bewerbung für irgendeinen anderen Modationsjob sehen wollt, für Wetten, dass oder so, bin ich dabei. Ich glaube, ich habe die Geschichte auch schon mal erzählt, dass ich irgendwie als Kind ein Kabel angeschnitten habe von einer Lampe und da kam so ein Lichtblitz raus und dann war der Strom im Haus aus und meine Mutter kam gerade und sagte, hast du irgendwas gemacht? Und ich so, nein. Und hatte aber mit so einer kleinen Bastelschere das Kabel durchgeschnitten. Da haben sie dann auch gemerkt und dann gesagt, hast du doch was gemacht. Nein. So. Ja, ich glaube, das war meine größte Nahtoderfahrung. Ich habe irgendwo mich mal geklettert und wäre fast abgerutscht. Und das war auch so, wenn man da gefallen wäre, hätte man sich ganz schön was wehtun können. Aber ich glaube, sterben. Ich bin ja im Alltag wirklich jemand, der auch bei Rot an den Ampeln in 98 Prozent aller Fälle, auch wenn es nachts irgendwie stehen bleibt, weil ich immer denke, ich glaube, ich bin zu großer Schisser. Aber ich verkaufe es immer so als lieber vorsichtig sein. Und das hat ja sicherlich einen Grund, dass hier eine Ampel ist, die rot ist. Auch wenn vielleicht um, ich wollte gerade sagen, wenn jetzt um zwei Uhr nachts, aber ich gehe auch selten nachts irgendwie jetzt noch raus. Also es sei denn, weil ich gehe nicht feiern. Nee, da ist das ganze Umvolk da. Das muss man immer aufpassen. Die ganzen jungen Menschen, die ein Messer dabei haben. Übrigens glaube ich, dass ich letztens, da ist vielleicht eine gute, das ist keine richtige Naht oder aber, ich glaube, mich wollte letztens einer abziehen mit meinem Handy. Das hast du mir noch nicht erzählt? Nee, weil das ist auch gerade erst passiert. Also ich bin mir nicht 100 Prozent, es kann auch totaler Quatsch sein. Vielleicht hat er mich auch nur noch einen Weg gefragt. Nee, das war schon so ein bisschen, es war so, ich bin aus der U-Bahn raus und war da auch alleine. Und es war irgendwie, keine Ahnung, wie 8 Uhr abends oder sowas. Jetzt da, Straußberger Platz, wo wir wohnen, das ist jetzt nicht so abgelegen. Nee, das ist eigentlich auch jetzt keine schlimme Gegend. Und ich wollte gerade meine Freunde anrufen, fragen, wie wir das mit Essen machen und so. Und die waren, sind nicht rangegangen. Und dann habe ich das Handy, ich habe schon so aus dem Augenwinkel gesehen und aber auch gehört, dass irgendwie einer seine Schritte beschleunigt. Und das war so ein bisschen komisch. Und ich habe mich so ein bisschen umgeritten, gesehen, dass da so ein Typ mit richtig krass Kapuze ins Gesicht gezogen und so komplett schwarz angezogen und so. Und habe das Handy dann so im Affekt irgendwie dann, weil keiner in die Tasche gesteckt. In dem Moment hört er auf, schnell zu gehen und dreht sich plötzlich um und geht über die Straße weg. Oh, vielleicht ist dir eingefallen, dass du woanders hin musst. Ja, dachte ich auch alles. Aber das war so, weißt du, wenn man so denkt, so richtig hundertprozentig passt das nicht. Ich rede mir solche Sachen hin auch gerne für mich. Also weil er war auch schon sehr nah hinter mir tatsächlich. Also ich stelle mir dir zu, das ist schon seltsam. Aber das als Nahtoderfahrung aufzusehen. Letztens ist einer kurz schnell gegangen hinter mir. Marc ist vielleicht im Affekt nicht hundertprozentig. Ich, also, aber stell dir mal vor, ich hätte mich gewährt und dann hätte er gesagt, so, jetzt hat er ein Samurai-Schwert dabei oder so, was stell dir mal vor. Ich finde das so schwer zu glauben, dass Leute einfach große Menschen überfallen. Es gibt auch so viele kleine Menschen, dass so viel einfacher ist. Weil, guck mal, du magst vielleicht ein Schisser sein, aber du siehst, also, ich würde es nicht denken. Wenn ich dich sehe, denke ich, guck mal, der hat einen Bart, der ist groß, der kann mich töten. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube so, dass so kleinere Menschen halt eher ein bisschen ihre, durch ihre Art, ja, was sie, was sie durchkriegen. Was soll das da heißen? Naja, die Aufmerksamkeit, die sie vielleicht kriegen, wenn sie ein bisschen kleiner sind, ist eine andere als jemand der Große. Die sie nicht kriegen, meinst du? Ja, so, oder übersehen werden, was auch immer. Ich glaube, dass oft kleinere Menschen vom Charakter, ich kann es überhaupt nicht belegen, aber es klingt auch diskriminierend. Nee, redet ruhig aus, Schatz. Oft, oft ein bisschen auffälligeren Charakter haben als vielleicht große Menschen unbedingt, weil die sich vielleicht nicht so, ich weiß nicht, ein bisschen mehr um die Aufmerksamkeit boomen müssen. Ich sage nur, was ich an der Erfahrung gemacht habe. Also, du bist ja nun, du bist ja noch an der Grenze zu richtig klein, oder? Oh, das ist das Netzste, was jemand zu mir gesagt hat. Ich weiß, ich wollte damit nur sagen, dass ich nicht, Schlussfolgerung, dass große Menschen automatisch die Starken und Dings sind. Das ist vielleicht eher... Du willst einfach sagen, dass die charakterlich bessere Menschen sind als klein. Nee, auch das nicht. Also, eher Schisser sein können, theoretisch. Ah, weil auch die Kleinen müssen sich beweisen. Und dann gibt es ja die, die ganz groß sind. Die müssen auch schon wieder, weil die werden immer als die Welt angegapft. Also, wenn jetzt einer 2,30 Meter groß ist, dann ist er halt der Freak, in Anführungszeichen. Dann muss er sich vielleicht charakterlich auch ein bisschen anders entwickeln. Das stimmt, ja. Aber ich glaube, das ist meine aktuellste Nahtoderfahrung nicht. Und ich bin mal bei Rot über die Ampel gegangen. Letztens als Eichnern, kurz die Schritze beschleunigt, das hinter mir. Vielleicht. Das war krass. Es war aber schon so, dass ich danach, ich dachte, er hätte auch zuversagen können, aber es gab für mich kein Szenario, wo das in dieser Abfolge von Dingen, die passiert sind, Ja, ich stimme dir da schon zu, ja. Und ich dachte mir, okay, wenn du halt von hinten das Handy weggreifst und wegrennst, bis ich realisiert habe, was los ist und hinterher bin, ist er halt weg. Du hättest dich umdrehen müssen ganz schnell und dann sein Handy jetzt klauen müssen. Ja. Weißt du, einfach den Spieß umdrehen. Ja. So gut, wir werden es nicht mehr machen. Oder einfach umdrehen, willst du mein Handy klauen? Einfach mal gucken, was passiert. Das wäre gut gewesen. Einfach mal ein schönes Gespräch. Vielleicht ein Gespräch anfangen. Einfach mal ein Gespräch. Meint das ja gar nicht so. Oder direkt hinterher rennen, wäre auch gut gewesen. Und das ist einfach so. Vielleicht ist mir wirklich gerade irgendwie eingefallen, dass er seine Katze heute noch nicht gefüttert hat und deswegen muss er ganz schnell wieder zurück. Oder vielleicht muss er einfach seine Freundin anrufen, dass sie die Katze füttert und er hat kein Handy dabei. Das war auf jeden Fall sehr merkwürdig. Ja, finde ich aber einen schönen Einstieg in diese Folge Nahtoderfahrung. Was ich eigentlich auch noch überlegt hatte, wenn wir jetzt gar keine Fragen gehabt hätten, dass ich so, ey, 2017 sind ja viele Sachen passiert und ich habe gesagt, wo sind wir denn jetzt eigentlich 2018? Jetzt so im Januar 2018. Unsere letzte Folge ist jetzt ja auch schon wieder ein bisschen her. Im November oder wann wir die gemacht haben. Ich habe keine Ahnung. Und ich dachte, das ist halt so lustig, weil in der letzten Folge waren, glaube ich, gerade die Wahlen so durch, mehr oder weniger. Da haben wir auf jeden Fall schon... Die Deutschlandwahlen. Die Deutschlandwahlen, die Wahlen durch. Und da haben wir so ein bisschen darüber geredet, über das Ergebnis und so. Und jetzt sitzen wir hier im Januar, Ende Januar 2018. Immer noch keine Regierung. Die AfD macht sich zum Hampel im Bundestag und man denkt so, das kann doch alles nicht wahr sein. Und dann haben wir die SPD. Die macht sich so ein bisschen zum Hampel im Bundestag. Man denkt sich so, ah, es kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, es ist das letzte Mal, dass wir die SPD im Zuge einer Regierungsbildung irgendwie nochmal erleben werden. Es gab original zwei Stunden, wo ich dachte so, oh, die SPD, ne? Jetzt ist sie wieder da. Nämlich als der Martin Schulz da im Studio saß, habe ich ja vorhin erzählt, und so einfach allen den Mittelfinger ins Gesicht gesteckt hat. Wir gehen in die Opposition. Und ich saß ja auch hier und meinte so, oh, super. Endlich sagt er mal allen, fickt euch. Ich mache jetzt einfach mal so die Politik, für die wir auch stehen. Und dann original, einfach einen Monat später, gerade heute kam die Nachricht, Martin Schulz strebt Ministerposten an. Wenn ich die Nachricht vor anderthalb Monaten gesehen hätte, hätte ich mir auch gedacht, ne? Das ist aber nicht so, also das ist jetzt nicht das Verhalten, was ich suche bei einem Politiker, um das mal ein bisschen sanft zu formulieren. Ne, also ich bin da auch, ich bin da, das ist alles nix, Mats. Das ist alles nix. Ja, aber ich denke mir auch so. Obwohl ich da, ich bin der Partei beigetreten tatsächlich. Was? Wie wann? Der SPD? Ne, nicht der Partei der SPD. Das wäre, ich stelle mal vor, das wäre ein bisschen... Was geht denn hier ab, wollte ich gerade fragen. Also ohne das irgendwie werten, weil du kannst machen, was du willst. Ich merke, dass du es nicht wert ist. Ne, es hätte mich nur so überrascht. Also wirklich überrascht. Nein, also ich bin in der Partei beigetreten, aber nicht der SPD. Wenn ich aber der SPD beigetreten, ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, der SPD auch beizutreten. Weil ich mir so dachte so, ey, das ist die SPD, die ich eigentlich auch gut finde. Innerhalb dieser zwei Stunden. Ja, genau, so zwei Stunden lang. Und ich habe mir vor, wenn ich beigetreten wäre, den ganzen Schmuh durchgemacht hätte und dann original würde ich jetzt da sitzen. Da bin ich so, ah Mensch, weil ich habe auch Familienmitglieder, die in der SPD sind und die drängen sich halt auch an und setzen sich teilweise so richtig krass dafür ein. Ja. Und selbst die, also die Facebook-Nachrichten werden ein bisschen seltener, wo sie so sagen, ah, SPD. Einfach, weil sie auch sagen, ah, ich, ja, was denn nun? Was ist, was denn nun? Aber das ist, Martin. Es ist nicht nur für die SPD gerade so, sondern auch so allgemein, so politisch gesehen, sitze ich da und denke so, was denn nun? Man braucht mal eine alternative Partei. Oh ja, so eine Alternative für. Einfach eine Alternative für mich, nicht für Deutschland. Alternative für Robin. So nennen wir das. Weil einer war die Alternative für Robin, also mein Wort habt dann. Ja, egal was ihr macht, Hauptsache es ist eine Alternative. Was ist denn der am meisten genutzte Name? Dann könnte man einfach mal eine Alternative für Kevin oder so. Und dann hast du einfach schon inhärent irgendwie eine Million Votes, weißt du? Dann hast du schon die 5% Hürde, oder zumindest in NRW oder sowas, die 15% Hürde, hast du direkt überschritten und kannst einfach so vor den Bundeskanzler stellen. Einfach nur, weil alle Kevins nicht voten. Das ist doch eine Idee. Weinst du? Deswegen bin ich jetzt in die Politik gegangen, weil ich die Ideen habe. Vielleicht ist das auch tatsächlich das große Geheimnis, dass es eigentlich nicht immer komplizierter werden, sondern so das, was die AfD ja auch dahin gebracht hat, wo sie sind auf eine Art und Weise, sind ja einfache Antworten auf wahnsinnig komplexe Themen. Warum nicht einfach noch einfacher werden? Das ist der Trick. Und verstehst du? Nicht jetzt irgendwie sagen, ja, irgendwie hier, also gar nicht auf die inhaltliche Ebene gehen. Genau. Überhaupt nicht. Genau. Überhaupt auch gar nicht mehr versuchen, sondern einfach nur noch sagen, nein, ich bin Kevin. Für Kevin da. Oder, genau. Ich finde Kevin gut. Gar keine Meinung mehr haben. Richtig. Einfach nur sagen, einfach mal sagen, ja, stimmt. Ich bin Kevin. Ich bin, das war's. Und das ist das Wahlprogramm, da sparst du auch. Du, wie früher, du bist Deutschland, ich bin Kevin. Ja, so, verstehst du? Wir sind Kevin. Da haben wir's. Wir sind Kevin. Die WSK. Oder klingt nicht klar. Das ist gut. Wir sind Kevin. Wir sind Kevin, finde ich gut. Aber nicht nur Kevin, wir sind Kevin. Was ist denn das weibliche Pendant zu Kevin? Das ist schon toll. Ja, das ist aber sehr klischeehaft. Kevin nicht? Ja, ganz kurz, ganz kurz für alle Kevins, die auch gerade zuhören. Der neue Freund meiner Cousine, liebe Grüße Jenny, liebe Grüße Kevin, der heißt auch Kevin. Ich möchte, ich möchte sagen, der Freund meiner Schwiering ist Kevin. Ich möchte sagen, ich kann nicht, ich kenne ihn nicht, ja, ich habe ihn noch nie gesehen, noch nie, also ich kenne ihn überhaupt gar nicht, aber der ist wahnsinnig nett. Ja, das glaube ich auch. Und das möchte ich einfach mal nur mal klar machen, dass ich, dass ich, dass es eine satirische Show gerade ist. Wir lieben Kevins. Meine Mama hat schon mal einen Kevin getroffen. Ich habe da überhaupt gar nichts vor, da was gegen zu sagen. Mein Nachbar heißt Kevin. Ich kann ja wohl, gab es doch gerade auch wieder irgendjemand, irgendeiner von der AfD und voll fast was getwittert. Er hat mich gerade eine halbe Stunde lang mit der farbigen Bedienung in meinem Lokal. Ja, Ich kann nicht rassistisch sein. Übrigens, ich sollte mal Kevin heißen, wurde mir, weiß ich mittlerweile. Mein Ursprungsname war Kevin und dann haben sich meine Eltern gedacht, nee, lass mal nicht machen, zum Glück. Also damals war Kevin auch voll in. Kevin ist ja in den letzten fünf, sechs Jahren so richtig. Aber mal ehrlich, die Zeiten sind doch vorbei, wo Kevin einfach so einen Vollfaktor hat. Ja, das soll man meinen, aber als meine Cousine erzählt, dass ihr Freund Kevin heißt, also die Witze liefen am, also wirklich, wir haben gelacht, zwei Stunden lang gelacht, weil ein guter Witz nach dem anderen kam, ne? Einfach, weil ich rieche, nee, war schlimm. Aber das fällt den Leuten als erstes ein, das ist dann ein bisschen schade. Ich mache das dann tatsächlich auch nicht. Also, abgesehen davon, dass ich es gerade zwei Stunden gemacht habe, mache ich es nicht. Also, Partei, wir sind Kevin. Ja, oder, also, du hattest ja auch gesagt, Kevin einfach als, was ist der häufigste Name in Deutschland und dann raus damit. was können, was wäre denn, oder ist das einfach Horst, Jürgen, Jürgen wahrscheinlich. Ja, es könnte auch sowas wie Martin sein. Oh. Also, weil Martin Schulz ist ja auch so ein Name, wo ich, Oh, dann haben wir den erst für den direkt dabei, weil der Mann es ja auch sagt, die Partei, also, eigentlich, eigentlich sollten wir mal, Entschuldigung, Entschuldigung, kann ich Minister sein? Ja, ja, dann. Bei uns können sie alles sein, was sie wollen, bei uns ist alles egal. Es ist vor allen Dingen noch, noch konsequenter als die Partei, auf eine Art und Weise. Weißt du, Die Partei setzt wahnsinnig viel Aufwand in ihrem Programm und in ihre Satire. Ja. Das will ich alles nicht. Nee, also, einfach simpel, wo die Leute, wenn sie sagen, das ist alles zu kompliziert, sie wollen aber auch nicht ihre Stimme irgendwie Leuten geben, die dann damit Umbug machen, einfach dieser Partei geben. Und dann schreibe ich eine Plakatidee für die Wahl, einfach das Dschungelcamp. That's it. Keine Meinung dazu, nicht ist gut, nicht schlecht, einfach nur das Dschungelcamp. Das Dschungelcamp. Wir sind Kevin. Da sagen die Leute, ja, das Dschungelcamp, Tatsache, das Dschungelcamp. Was mir gerade auffällt, Was denn? Das ist ja dieses Wir sind, die auch gerne mal als solidarischer Beitrag bei irgendwelchen Amokläufen oder so benutzt wird. Alle Amokläufe haben wir direkt. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das halt auch so interpretiert werden könnte. Wir müssen halt darauf hoffen, dass die Kevins immer eher auf Opfer als auf Täterseite liegen. Weißt du, weil ansonsten haben wir ein Problem. Ja. Aber wir können ja auch einfach sagen, dass unser Name einfach ändert. Ich hätte halt gerne was völlig Neutrales. Wir sind, also nicht so ein Quatsch, wie wir sind Deutschland oder sowas. Ja. Wir sind Menschen. Oder einfach Kevin. Wir sind Menschen. Wir sind damit. Wir sind Menschen. Oh, ich würde fast wetten, dass es so eine Partei schon gibt. Wir sind Menschen? Die irgendwie Menschen Deutschlands oder sowas heißt. Und dann sagen sie, äh, ich finde sie so eine neue Zusammenarbeit. Gibt es eigentlich sowas, wenn wir jetzt mal, also wir haben ja die Erde und alles auf der Erde, wir sind Menschen und wir sind die Welt. Man merkt das gut aufgepasst. Jaja, ich weiß nicht, ich wollte das nur zusammenfassen für Leute, die sagen, Moment. Wo waren wir nochmal? Also, das Universum. Ja. Gibt es einen Begriff für all die Lebewesen, die in diesem Universum leben oder für diese Galaxie? Sagen wir, sind wir die Milchstraßler oder sowas? Oh, das ist interessant. Oder, also verstehst du, was ich will? Übrigens, wissen, Weißt du, was Milchstraße heißt? Oder was Galaxie heißt? Milchstraße. Das wusste ich nicht. Wie, was Milchstraße heißt? Galaxie? Milchstraße, also Latein, Galaxie ist Deutsch Milchstraße. Das hat mir der Leo Schmidt erklärt. Das heißt, wenn es falsch ist, müsst ihr Leo da bitte ihm sagen. Aber er hat Laktose, Laxie, das ist tatsächlich in dem Wort wohl drin, wegen Milch. Kann man dann, kann man, ist man dann, oh Gott, ist man dann Milchstraßen intolerant? Es ist absolut zu 100% möglich, dass er mich komplett verarscht hat. Es ist möglich, aber so generiere ich nun mal Wissen. Ich bin seit, irgendwoher muss es ja kommen. Man muss die Gefahr kaufen, ihn verarschen werden, wenn man was lernen will. Ich bin 27, ich werde dieses Jahr 27. Mit 15 war ich letztes Mal in der Schule. Seitdem habe ich keine Einrichtung mehr besucht, wenn ich irgendwas gelernt habe. Ich muss gucken, woher ich das Wissen bekomme. und Leo hat nun mal auch studiert, du hast auch studiert, ihr beide seid meine Anker. Das ist der größte Quatsch überhaupt, dass mit dieser Satz, mit du hast studiert, irgendeine Art von Intelligenz verknüpft wird. Weiß ich auch nicht, wo das herkommt. Naja, zumindest ein gewisser Fleiß. Was denn für ein Fleiß? Doch, doch, wenn man fertig studiert hat, also erstmal, du bist halt der Faul, ja, aber innerhalb deiner, naja, sonst würdest du ja nicht studieren, sonst würdest du ein bisschen Geld verdienen und ein bisschen was für die Gesellschaft tun, du fauler Sack. Aber davon abgesehen, musst du ja, um dieses Studium zu Ende zu bringen, in deiner Faulheit, die sich überhaupt erst zum Studium geführt hat, einen gewissen Fleiß. Oder auch Disziplin. Ja, genau. Pass auf, es gibt quasi so verschiedene Stadien. Komplette Disziplinlosigkeit, machst einfach gar nichts. irgendwie niedermachen. Ich selbst würde gerne das einfach machen mit meinem Leben. Jetzt bin ich in den Job gerutscht und komme da nicht mehr raus, alles ist ein bisschen scheiße gelaufen. So, das ist komplette Disziplinlosigkeit. Wenn du einfach nur ein bisschen faul bist, aber schon irgendwie auch ein bisschen denkst, ah, das dann zu erklären, dass ich nichts mache, das ist schwierig, du wirst ein Student. Du kannst sagen, ich studiere, sagen alle, ah, gut, aber dann bist du eher so an der unteren Grenze der Arbeit. Ja, es ist nicht so richtig viel, du kannst viel so tun, als ob du arbeiten hast. Du kannst auch einen Job haben. Ja, aber, also, ja, kann man. Das ist ja kein richtiger Job, muss man halt auch dazu sagen. Ich wollte gerade sagen, die werden ja auch nicht gefordert, weil die wissen, die trinken den ganzen Tag Avocadosaft und kaufen sich keine Häuser, deswegen, damit können wir eh nichts anfangen. Was ist denn Avocadosaft? Das ist lecker. Ja, Avocadosaft. Drückst du die dann aus? Das ist der Saft in der Avocado, wenn du sie aufschneidest. Okay, verstehe. Es gibt so viel Obst, so viel Früchte. Nein, aber Avocado. Was ist denn jetzt die Avocado? Die Avocado ist doch die Millennial-Frucht, Mann. Ja, Mann. Gemüse, was auch immer. Du hast heute meinen grünen Trink gesehen, den ich mir selbst gemixt habe. Da war Avocado drin. Das war quasi Avocadosaft mit Stückchen. So, also, worauf ich es hinaus will. Die Studenten trinken ihren Avocadosaft und werden nicht gefordert. Das heißt, wenn du schon sehr disziplinlos bist, aber noch eine gewisse Untergrenze erreichst, dann wirst du halt Student. Und wenn du dann irgendwann sagst, okay, mein Selbstwertgefühl ist langsam aufgebaut, ich möchte was tun für die Gesellschaft, ich möchte ein bisschen arbeiten, ich möchte ein bisschen wirklich mal veransprucht werden, dann fängst du halt an, in den Job zu gehen. Und das sind ja so die drei Schritte im Leben, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung, wo mein Anfangspunkt war. Einfach gar nichts machen. Also gar nichts machen, Student sein. Das ist der, für den ich am meisten Respekt habe. Dann kommen die Studenten, wo ich einfach gar keinen Respekt vor habe, weil es ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Die können sich nicht richtig anstrengen, sonst würden sie arbeiten, aber wollen auch nicht komplett disziplinlos sein, weil sie sich dafür zu fein sind. Also machen sie so ein Mittelding. Das ist einfach nicht mal. Das ist keine Konsequenz. Nee, Dann gibt es noch uns den Studenten, die BWL-Studenten. Das sind dann die, die sich nicht entscheiden können und dann nicht entscheiden können. Da habe ich dann gar keinen Respekt mehr vor. Aber darüber gibt es dann die Leute, die arbeiten und das ist okay. Das kann ich zumindest einigermaßen respektieren. Und was mit Geisteswissenschaften? Weil das wird ja auch oft. Nee, Wissenschaften bin ich allgemein nicht für. Das hat sich nicht, das hat sich nicht durchgesetzt. Nicht durchgesetzt. Guck mal, wo sind wir jetzt? Wie lange gibt es Wissenschaft jetzt schon? Mindestens 50 Jahre. Ist in diesen 50 Jahren viel Positives. Jetzt zähl mal auf, wie viel schlecht ist es passiert in 50 Jahren? Krieg, mindestens zwei. Das sind in den letzten 50 Jahren passiert. Also ich, mehr offen. Moment, halt, wo? Einfach allgemeine Kriege. Auf der Welt? Ja. Ich dachte, wir waren in Deutschland gerade. Nee, 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 ich bin schon allgemein. Es gibt mindestens zwei Kriege, wenn nicht mehr. Ich kenne mich da geschichtlich nicht so mega gut aus. Donald Trump, eindeutig ganz nicht gut. AfD ist auch ebenfalls nicht gut. Oliven, immer noch nicht ausgerottet, schmecken scheiße. Aber Olivensaft wäre lecker. Wenn es Oliven noch gäbe, wieso schmecken, also noch gibt, warum schmecken die da nicht zumindest gut? Das sind gerade fünf Dinge, die ich dir aufgezählt habe, die einfach schon nicht gut sind, obwohl es Wissenschaft gibt. Was hat uns wissenschaftlich Gutes gebracht? Klimawandel hätten wir ohne Wissenschaft nicht gefunden. Richtig. Würde sich irgendjemand Sorgen machen? Wäre halt im Januar 15 Grad. Na und? Weißt du, was für ein scheiß Wetter gerade ist? Ja, Regen und 15 Grad. Sechs Dinge. Das war schon sechs schlechte Dinge. Ja. Und ich, Gutes. Ich überlege gerade ein, Bananen sind größer geworden, auch für die Jahre, weil die kultiviert wurden. Das ist ganz gut. Aber ist das Wissenschaft oder ist das Zufall? Ne, ne, das wurde schon gezüchtet. Da hat die Wissenschaft herausgefunden, wir können, ich möchte jetzt auf Früchte ausweiten, die Form, die Form, Feinheit der Frucht. Das ist, glaube ich, der größte Progress der Wissenschaften. Ne, also sechs zu eins. deswegen würde, wäre ich, wäre ich in meinem, also in meinem, also wir sind Deutsch, was war unser, ich bin Deutschland. Der Ausgangspunkt war jetzt gerade, dass wir von diesem ganzen nationalistischen Quatsch weggehen und auch weltlichen, Wir sind. Ne, wir sind, finde ich, sind wir Fragezeichen? Sind wir Fragezeichen? Sind wir? Ne, dass wir sagen, wir sind die Milchstraßler oder wir sind von mir aus auch hier die Laktoseintolerant. da wolltest du hinaus. Ja, dass wir einen Überbegriff für alles haben, einfach nicht, dass es dann heißt, ja, Moment. Dann würde ich aber mich einfach Galaxie nennen, wenn das Latein für Milchstraße ist. Wir sind, wir sind Galaxie. Ne, einfach Galaxie. Aber du kannst doch nicht einfach Galaxie sagen. Doch, weil wir sind, das ist auch wieder ein Statement, wo sich Leute hinter setzen müssen. Wählen Sie Galaxie. So, so krass kriegst du die Leute, die für- und die gegen Galaxie sind. Ich glaube, die Galaxie ist flach übrigens. Okay. Sehr, sehr gut. Das kommt übrigens selber raus, wenn ich meine zweite Kode aufgeworfen habe. Ich entschuldige mich. Ich wollte nur gerade sagen, das war natürlich jetzt ein bisschen Blödsinn dabei. Aber, die politische Verdrossenheit wird, glaube ich, deutschlandweit nicht weniger. Also die Politikverdrossenheit. Ja, So, ich kann es nämlich auch Leute verbessern. Ja, ja, die politische, was habe ich denn gesagt? Die politische Verdrossenheit. Was auch richtig, aber aber nicht so richtig wie meins. Also, ich würde deine Partei voll wählen. Auf jeden Fall, weil du so, also so Diskussion, politische Diskussionen mit dir im Fernsehen. Ich stelle dir mal vor, das ist in so einer Runde, oder einer von denen. Entschuldigung, das heißt das mit zwei S. Ne, gar nicht. Aber, macht Lindner nicht genau so den Quatsch? Das stimmt eigentlich. Oh, ich wäre, ich würde so gerne mal irgendwie von dem Strunz, dem Moderator, weißt du, dass der irgendwie zu mir mal so sagt, und, würden Sie eigentlich mit dem schlafen? Dann würde ich einfach sagen, ja. Klar. Weißt du, wenn mich einer so eine dumme Frage stellt, aber dann denke ich mir ganz oft, ich würde eigentlich gerne mal gerne in die Politik gehen, einfach um in so einer Talkshow dabei zu sein, und einfach mal so ein bisschen auch lustig, also ein bisschen schlagfertig zu sein. Da siehst du ja, was passiert. Das ist, das ist die Frage, ob das Gegenteil von der AfD, also quasi auch weiter, ja, und ein bisschen neutraler als die Partei, die ja sehr lustig ist. Die Partei ist sehr, die Partei ist sehr, sehr lustig, aber eben vielleicht ein bisschen zu lustig, ja, und da muss man auch ein bisschen um die Ecke denken, und wo man so, sagen wir mal, das simple Gemüt. Du möchtest ja die, die Simplifizierung möchtest du wieder zurück in die Partei bringen, die Politik bringen. Die AfD ist so nah dran lustig zu sein. Ja. Sie ist so kurz davor. Ja. Sie müsste es alles nicht ganz so ernst meinen, und das wäre die bessere Partei. Und dafür möchte ich arbeiten, ehrlich gesagt, dass die, dass die AfD einfach den Sprung zur Satire schafft. Das heißt, du meinst, das ist mein politisches Ziel. du müsstest jetzt der AfD beitreten, dich irgendwo in den Vorstand wählen lassen? Ich habe ja jetzt, ich bin ja, du bist ja schon in irgendeiner Partei. Und ich möchte einfach dafür arbeiten, dass die AfD den Sprung zur Satire schafft. Es ist nicht weit. Sie ist wirklich. Jeden Tag wird es, hier, ich habe einen Bäcker getroffen, der war schwarz, und deswegen kann ich kein Rassist sein. Sie arbeiten wirklich konkret darauf hin, und ich möchte Ihnen einfach, Ihnen einfach helfen. Hier, Sie random einfach mal sagen, hier, Noah Becker, denn der Halbneger. Hat ja ein, hat ja ein AfDler auf Twitter geschrieben. Also, wie kommst du zuerst auf die Idee, ich muss mal kurz über Noah Becker schreiben. Wie kommst du auf diese Idee, dass jetzt Noah Becker die Relevanz hat, dass ich über den Twitter muss als Politiker. Und dann auch noch sagen, ich will ja kein, also ich will ja schon meinen Rassismus ausleben, damit ich, für mich gewählt wird, aber ich will jetzt nicht zu rassistisch sein. Halbneger, da wird keiner was gegen sagen können. Hat ja Roberto, so, hat ja Roberto Blanco auch mal gesagt. Also, was ist da der Gedankengang? Da sitzen schon so ein paar, wirklich potenziell richtig gute Satiriker. Die halt einfach noch ein bisschen zu rassistisch sind, weil man diesen Rassismus ein bisschen auf lustig, ein bisschen lustiger hinbekommen würde. Wären wir da, dann wären wir wirklich da. Der einzige Unterschied zwischen Martin Sonneborn und Alexander Gauland ist, dass der eine lustiger ist als der andere. Ja, der Gauland hat auch mehr Schuppen. Ja, der Gauland macht, der ist ja auch, also, so ein Wrack eines Menschen. Den guckst du dir so an und der guckt ja wirklich so, als ob er einfach schon morgens aufstehen sieht, mein Gott, wieder aufgewacht, so ein Scheiß. Und dann geht er halt genau so als wir in den Bundestag und dann guckst du, also du siehst es halt einfach eben im Gesicht an. Das ist halt auch nichts. Das ist halt einfach auch nichts. Man sieht manchmal, wenn man irgendwas von der AfD sieht, da ist immer so ein Bodyguard oder ich weiß nicht, so ein Sicherheitsmann, der trägt immer so einen braunen Kurtanzug. Sieht so ein bisschen aus wie Heinz Strunk, also vom Charakter mit so einer Brille und auch so Haare ähnlich. Das war doch dieser Fußballspieler, ne? Da weiß ich nichts von. Aber Heinz Strunk meinst du jetzt? Das war ein Witz. Der hat beim Bayern gespielt. Ja. Und den haben wir ja mal in echt erlebt, weil wir mal mit, mit Politikformat gemacht haben, aber die AfD ja auch dabei. Und dann war der auch da. Und das ist so, das ist ein ganz komisches Gefühl, bei diesem Typen zu stehen. Das bewegt mich bis heute. Und immer wenn ich den irgendwo sehe, kriege ich mal so Gänsehaut. Kennst du das? Wenn man so denkt, Bei Heinz Strunk? Ja. Nee, bei dem Typen, bei diesem Security. Ach so. Weil den sieht man immer wieder. Der sieht halt aus, als wenn irgendwas auf die Erde kommt, aus dieser Galaxie, wir sind alle Galaxie, auf die Erde kommt und sagt, ah, dies ist ein Mensch. So eine Sonnenbrille und so einen Quartanzug. Und ich bewege mich wie ein Mensch. So, so wäre das. Also er emittiert Menschen, so gut es geht. Ich frage mich aber, wo der herkommt, weil der muss irgendwas, muss da was wichtiges. Aber der ist bei der AfD im Partei. Der ist Personenschützer irgendwie sowas, weil der ist immer dabei, wenn, also, Aber ist das nicht die Hälfte aller AfD-Mitglieder? Das wird wahrscheinlich hinkommen. Personenschützer? Ja, Personenschützer und die anderen sind Nazis. Was? Die, was? Sind Personenschützer nicht, also ganz, also, naja, Personenschützer nicht. Ich habe gerade so Security-Leute im Kopf. diese ganzen Leute, die bei Security arbeiten. Nee, das ist das aber auch Quatsch. Das ist aber auch Quatsch. Das ist aber ein ganz blödes Klischee hier. Das ist sehr polemisch. Ich habe mal so getan, als wäre ich einer. Das hat total funktioniert. Wir polemisch bei der, bei der Ratsherrn, das ist ja was völlig Neues. Die Partei. Jung, ich bin jetzt bei der Politik, mit Polemik werde ich gewählt. Du bist, ich, äh, glaubst du denn, dass diese Art der Politik auch in den USA was geändert hätte an diesem ganzen Desaster? Ein bisschen der Polemik würde den USA wirklich gut tun. Ja, das, das ist für mich das Problem. Jetzt, wo du es so formuliert bist, merke ich auch ein blödes Thema. Da fällt, da ist mir, also ich habe, ich habe irgendwie gesagt, Leute, das war ein Scherz. Bitte raste den Kommentaren, bitte jetzt nicht aus mit den Security-Männern. Das sind alle, nicht alles Nazis. Das war wirklich ein Witz. Bitte, Scherz. Das habe ich, habe ich auch wirklich, habe ich auch noch nie, noch nie gehabt. Aber, das ist, ja, wie gesagt, mir ist nur gerade dieses, dieses Bild von diesem Typen, den finde ich unheimlich. Mich würde einfach nur interessieren, wer das ist, woher der kommt. Weil der sieht so aus, als hätte der schon irgendwie mal Stasi oder irgendwas, weißt du? Das wäre aber ein harter Turn in der Mitte seines Lebens gewesen. Ich habe keine Ahnung was, aber es sieht halt aus, als hätte dieser jemand eine Geschichte, weil so jemand, der so aussieht, der wird nicht einfach so ein Personenschützer, der dann halt bei den Top-Leuten immer rumläuft. Irgendwas ist da komisch. Jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich, da ist, da ist was komisch und das ist mir nur irgendwie gerade Ich glaube auch, der muss das schon eine Weile machen, weil meine Erfahrung ist auch, dass um bei der AfD oder irgendwie jetzt bei der FPÖ in Österreich Ach, die sind auch toll. Oder muss man den Republikanen in den USA. Ich habe so das Gefühl, das funktioniert alles einfach nur über Loyalität. Kompetenz ist da halt einfach nicht nötig, sondern du musst da loyal sein. Das heißt, der Typ hat wahrscheinlich einfach mal auf das Kindermädchen für irgendeinen Sohn und der Sohn ist währenddessen nicht gestorben, ist ein guter Personenschützer und dann wurde der halt irgendwann mit 20 irgendwie befördert und dann ist das halt alles so passiert. Weißt du? Weil ich habe gerade erst gesehen, in den USA, der war irgendwie Vice Chairman, nicht Chairman ist das falsche Wort dafür, aber der war der Vize-Chef von irgendeiner Drug Agency Behörde in den USA oder Health Behörde, die sich um Enforcement von den Drogenregeln kümmert. Also eine wirklich wichtige Position. Und der war halt 24 und hatte in seinem Leben einen Job, wohin der nie gegangen ist. Und der hatte keine Kompetenzen, null. Der wurde mittlerweile auch gefeuert. Aber der hat einfach seinen Job bekommen, weil der war halt da und immer nett. Der war halt da und immer nett, finde ich, ist eine hervorragende... Das ist halt, also ich finde das eigentlich eine ganz schöne, simple Art und Weise, seine Leute zu sortieren. Dass man einfach sagt, wer ist gerade da, wer ist schon wie lange da, der ist jetzt Chef. Meinst du das? Ja. Kann ich mir vorstellen. Das, weil du brauchst ja nicht hinterfragen, ist ja nur unnötige Arbeit. Weil wenn der da war und... Wenn er schlecht wäre, wäre er nicht mehr da gewesen. Ja, ja, so. Ich verstehe, ja. Ich bin, also weil ich was ja sagen will, auf vielerlei Hinsicht muss man sich einfach bei den Rechten ein bisschen was abgucken. Gute Frage. Hallo, die Ratsherren. Ist über Twitter gekommen. Was ist denn eure Lieblingsverschwörungstheorie? Seid ihr schon mal jemandem begegnet, der an sowas geglaubt hat? Oh ja. Wie geht man mit einer Person um? Zum Nachdenken sind Putin und Merkel Re... Was? Reptiloide. Mhm. Reptiloide. Liebe Grüße, Soraya. Also das sind sie nicht, das ist Schwachsinn. Die Clinton ist aber ein Reptil. Ja, aber ihre Mails. Ihre Mails sind Reptile. Ich hatte tatsächlich mal einen Mitbewohner, der, also Mitbewohner, hast du viel gesagt, der hat mal, die haben, das waren zwei Leute aus Israel, die haben mal, die waren irgendwie 17 oder 18 oder so, die waren mega jung und die sind für ein paar Monate, weiß ich nicht, zwei Monate oder sowas waren, die, vielleicht auch länger, ich vergesse das immer sofort, die haben bei uns gewohnt, bei mir in der Wohnung halt. Und die waren halt sehr jung und mega nett und freundlich, auch so zu freundlich, dass sie dann angeboten haben, meine Wäsche aufzuhängen, wo ich so dachte, nee, komisch. Die waren einfach dankbar, dass sie da wohnen durften, was ich okay, cool fand, aber zu dankbar ist dann auch anstrengend. Und die waren halt so nett und freundlich. Das heißt, wenn die eine Erklärung bekommen haben, vor allem einer von denen, wenn der eine Erklärung bekommen hat, wieso irgendwas schlecht auf der Welt ist, dass irgendwie anderen Leuten das zugeschoben hat, dass es nicht an den Leuten liegt, sondern an den Eliten, dann hat er das sehr gerne aufgenommen. Ja. Weil er halt auch politisch nicht interessiert war, er wollte einfach nur für Frieden. Ich will, dass alle sich gut finden. Kennst du nicht diese Einstellung, wo man gar nicht sagt, nee, ich bin nicht politisch, ich finde politisch nichts gut oder schlecht, ich will einfach, dass die alle sich vertragen. Das ist so dieses ganz furchtbare, diese Einstellung, die einfach so naiv ist, dass mich das aktiv wütend macht. Und so war er da auch drauf. Also so, wenn irgendwo Krieg herrscht, warum reden die denn nicht einfach mal? So nach dem Motto. Oder halt, nee, bin ich für die Linke, nicht bin ich für die AfD, nicht bin ich für die SPD, nicht bin ich für die CSU, nicht bin ich für die alle. Oder ich bin für niemanden. Ich bin für die Galaxie. So, ja, das wäre so gut, wir wären so reich, wollte ich gerade sagen. Doch, doch, das kostet ja schon was. Das wäre es für Stimmen. Das kostet schon was. Das ist schon ein Stretchgoal im sechsstelligen Bereich. Also der hat dann halt bei uns gewohnt und dann habe ich dann auf Facebook geadet, irgendwann aus Gründen, die mir nicht mehr so richtig klar sind. Und auf seinem Facebook-Account war dann so täglich, täglich was anderes. Manchmal über Israel-Palästina, was nie gegen Palästina ging, wo ich mir nicht eigentlich eher gerechnet hätte. Aber nein, das war einfach, hier Soros, der damit Geld verdient, das in Palästina, so und deswegen hat auch Clinton Schuld. Und das war dann noch während der Wahl oder vor der Wahl mit Trump und Clinton. War halt echt viel Kram dabei und da sind wir dann ab und zu mal so persönlich ins Ränen gekommen und ich kann natürlich auch nicht die Klappe halten, weil ich dann so, oh jung, oh jung, auch 9-11, alles fake und also alles. Eine Komplettgeschichte, was Verschwörungen. Ja, der einfach alles an sich aufgesaugt hat. Und das fand, ich habe einfach so versucht, die Samen des Zweifels zu säen, also in die Verschwörungstheorien. Weil das ist so ein Problem. Generell, generell, mal ganz kurz ein Plädoyer von mir. Hallo, mein Name ist Robin Schweiger, ich möchte ein Plädoyer abgeben. Zweifeln und Hinterfragen ist gut, bis zu einem gewissen Punkt. Immer sagen Leute, hinterfragt Sachen, denkt selbst drüber nach, sorry, ist gut. Aber wenn man Hinterfragen übertreibt, ist man plötzlich bei der AfD. Das kann gefährlich sein. Wenn du einmal zu oft hinterfragst, plötzlich bist du bei der AfD. Naja, weil wenn du plötzlich nichts mehr glaubst, was irgendwo in den Medien passiert, das ist alles eigentlich deswegen und ich habe es endlich verstanden, weil ich hinterfragt habe, da wirst du einfach auch sehr schnell ein bisschen dumm. Man muss auch, man muss einfach verstehen, wo man hinterfragen kann und wo man auch sagen kann, warte mal, es gibt ja journalistische Grundsätze, vielleicht haben die ihre Quellen überprüft und ich kann denen glauben, weil das deren Job ist. Und ich gehe das Risiko ein, dass jetzt zufällig bei der Washington Times, gibt es die? Washington Post. Washington Post. Washington Post, ja. Washington Post oder bei der New York Times kann es tatsächlich auch geben, dass sich irgendeiner einschleust und das passiert. Ja, die Wahrscheinlichkeit gibt es, aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese etablierten Magazine, die seit Jahrzehnten gute Arbeit machen, dass die auch gut genauso weiterarbeiten, ist ein bisschen höher, als dass da jetzt plötzlich ein Reptil sich einarbeitet hat. Auf dem einen Block. So. Und deswegen, der hinterfragt nicht so viel, sondern wählt mich. Das ist mein Statement. Danke. Danke. Auch super Programmbuch. Noch ein Poster. Einmal deutscher Ressourcen. Es ist doch auch viel einfacher. Tatsächlich, ich habe mich gerade vor, lass mich lügen, vor einiger Zeit, einen Artikel auf Weiß gelesen, da hat jemand eine, so eine Earth Flatter Convention. Das ist übrigens meine Lieblingsverschörungstheorie. Weiß. Achso, ja, ja, da wollte ich auch gerade noch. Er hat so eine Convention besucht, wo irgendwie ein paar Leute waren, die sich Vorträge angehört haben zum Thema, die Erde ist flach und bla bla. Und er hat festgestellt, ist jetzt nicht so eine wahnsinnige Erkenntnis, ich fand es aber ganz interessant, dass die ja nicht nur dann daran glauben, dass die Erde flach ist, sondern auch an alle anderen. Ja. Also das ist, wenn du an eine Sache glaubst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch an diesen ganzen anderen Quatsch glaubst, dass du tief in diesem Sumpf, der alles gelogen, alles bla bla. Was für ein Zufall das ist. Was für ein wahnsinniger Zufall das ist. Das heißt, das hat immer gar nichts mit den einzelnen Punkten zu tun. Also, dass du dieser 9-11-Inside-Job, dass die Erde flach ist, Reptilmännischen, das hat überhaupt nichts damit zu tun, sondern es ist eher dieses, wir, also ich, wir als kleine Gruppe, als kleine elitäre Gruppe, hat jetzt verstanden, was es ist und das sind die anderen, die großen Mächtigen, die die Macht haben, was ich sowieso nicht ändern kann, aber die Wahrheit, die habe ich jetzt entdeckt, haben wir zusammen entdeckt. Und das ist eigentlich zweitrangig, was es wirklich ist. Ein Zugehörigkeitsgefühl, Genau, und das ist auch zweitrangig, was es ist, weil ich kann mir, ich konnte mir bis dahin immer nicht so richtig vorstellen, wie man wirklich der festen Überzeugung sein kann, dass die Erde flach ist. Aber wenn du in diesem Konstrukt drin bist und das nur ein Resultat von ganz vielen anderen kleinen Geschichten ist, dann erscheint dir das wahrscheinlich logischer, weil das passt ja so gut zusammen. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Übrigens auch ein Grund, ein Argument gegen die Wissenschaft, dieses Flachdäger. Das war mal weg, diese Verschwörungstheorie. Richtig. Das gab, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber das war mal größtenteils raus aus der modernen westlichen Zivilisation, dass das geglaubt wurde. Und irgendwann kam das Internet und die ganzen Idioten haben sich gefunden und zack war die Verschwörungstheorie wieder da. Das ist der zweite Punkt. Also zweites Wahlprogramm, Idioten kriegen kein Internet mehr. Wir machen einen Test. Wählt ihr mich? Ja, Internet. Nein, kein Internet. Nee, so ein Intelligenztest für Internet? Nee, da würde ich dann einfach auch ein bisschen zu viel Gefahr für mich sehen. Intelligenztest möchte ich bitte nicht haben. Naja, ich meinte jetzt, es muss ja kein Intelligenztest sein, aber schon sowas wie, du kriegst einen Fahrergebohnen, da steht dann, für wie wahrscheinlich... Wie flach ist die Erde? Sehr, ein bisschen, nichts. Ich wollte sowas ähnliches sagen, dass du prozentual angibst, wie wahrscheinlich hältst du, dass die Erde flach ist. Und wenn du irgendwas anderes angibst, außer halt Null. Man macht so einen riesigen Fragebogen, das ist die einzige Frage, auf die man guckt, das ist eine gute Idee. Ja, einfach so, weil es hat überhaupt nichts mit Intelligenz, also es ist einfach nur, also wir bewerten das ja auch gar nicht. Du kannst ja glauben, dass die Erde flach ist, aber man kriegt halt kein Internet. Und ich würde noch die eine Frage, die ich mal bei einem Einstellungstast vor zehn Jahren bei der Telekom hatte, die ich immer noch sehr, sehr liebe und ich finde, das ist die beste Art und Weise, um Leute auszusortieren, einen Satz, wo dann stand, X, Y, Z, irgendein Ding. Ich muss kurz die Satzstruktur nochmal auf den Kopf bringen. Ist besser, Komma, Punkt, Punkt, Punkt. Da musst du ein Satz, ein Wort einfügen und dann als das andere. Nicht als, nein, das war genau, was du einfügen musst. Du musst quasi sagen, ob das besser wie oder besser als heißt. Und du hattest aber sogar, du musst es nicht mal selbst eintragen, sondern du hattest drei Wahlmöglichkeiten. Du hattest als Wahlmöglichkeit als, du hattest als Wahlmöglichkeit wie, als wie. Und die dritte Wahlmöglichkeit als wie. Und da saß ich halt, da bin ich so, Alter, ho, und hab nicht gegangen. Nein, Spaß. Das hab ich halt angekreuzt. Aber diese Frage hätte ich auch gern, dass jemand mir sagen, weil Wahlprogramm Nummer drei, Leute, die wie statt als benutzen, die möchte ich einfach nicht. Als wie ist aber dann, du bist direkt komplett raus. Also, das ist für mich beides, okay, verstehe. Bei alt, guck mal, man könnte argumentieren, dass als wie besser ist als nur wie, weil bei als wie hat man, als wie besser ist als wie. Also zur Hälfte hat man es verstanden. Irgendwo ist dann als drin. In wie tut dann auch, tut er dann auch noch da mit rein? Haben sein. Aber zumindest hat er verstanden, dass da irgendwo ein Alts rein muss. Also das sind die, das wäre das dritte, was ich habe. Ja, das finde ich gut. Okay. Ich muss auch sagen, ich finde, also diese ganzen Verschwörungstheorien in Bezug auf irgendwelche Ereignisse, wo man sagt, da ist die Regierung beteiligt. Das ist halt so, ja, das ist zu einfach. Genau, das ist alles zu einfach. Das stimmt, das ist zu einfach. Es ist aber auch nicht so wirklich unterhaltsam. Nee, ja. Da kommen dann auch Leute und sagen, der Stahl schmilzt jetzt bei. Und dann machst du zwei Sekunden Google und stellst fest, oh, ist ja stimmt. Deswegen finde ich diese absurden Theorien, also sowas wie, wie was, Echsenmenschen. Das ist so. Das ist ja zu, hm. Na, weiß ich, also die finde ich aber immer unterhaltsam, weil du kannst dich da, das ist wie so, du fängst an, H.P. Lovecraft Sachen zu lesen. Die ist ja auch gerade, hast du gesagt. Ja. So, und da, wenn du dann mal anfängst, dich so in diesem Ganzen, und dann gibst du den Sohn von dem Gott und der kam daher und der hat das erschaffen und als sie eingeschlafen und gepupst hat, ist das Universum. Das ist so, da kannst du dich rein und dann so, das hat so eine gewisse unterhaltsame Sache, weil die, weil da ja wirklich so absurde, da wirst du gar nicht drauf kommen, als in Anführungszeichen normaler, aber da wirst du gar nicht drauf kommen. Deswegen, da ist ein Unterhaltungswert. Aber glaubst du nicht, also du sagst gerade, hast ja gerade gesagt, die einen glauben auch immer anders, alle anders andere, aber glaubst du nicht, dass sich manche flache Erde-Theoretiker lustig über die Reptilien-Theoretiker machen? Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Reptilien-Theoretiker sind die einen, sind die einen, die zu weit gehen. Ich weiß nicht, weil das ist die, das ist eine wunderbare Frage, die auch noch, wirklich, die habe ich noch nirgendwo gelesen. Ja. Glauben die, die Leute, die an eine flache Erde glauben, glauben die, dass die Leute, die an Reptilen innerhalb der Menschenorganisationen sind, dass die verrückt sind und dass das ja Blödsinn ist, aber die Erde ist flach übrigens. Das wäre sehr interessant, weil das glaube ich nicht. Ich glaube, ich glaube, du bist, wenn du da drin bist in diesem Konstrukt, und das ist alles schon verknüpft, dass du wirklich überzeugt bist, die Erde ist flach, dann glaubst du auch, dass es nicht unwahrscheinlich ist. Vielleicht, so das ist das Minimum, was ich zugestehe, dass es nicht unwahrscheinlich ist, weil unter der flachen Erde muss ja auch irgendwas sein, da waren wir ja noch nicht. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas lebt, was natürlich von uns weiß, weil die sind ja nicht blöd, die sind ja keine, weißt du, so, da glaube ich, ist es nicht so abwegig. Aber ich glaube, dieses Echsenmenschen-Ding hängt doch oft damit zusammen, eben, dass halt Leute, also das ist eine andere Verschwörungstheorie, dass halt unter der Erde noch Leute leben, so ein, die Mollwurfs-Menschen. Genau, aber das, Hans Mollwurfs. Kann man die mal zusammenbringen mit den flachen Erde-Theoretikern, eigentlich, weil unter der Erde geht da ja gar nicht. Naja doch, unter der Erde ist ja was, also wärst du die Erde hochflägt, oder? Naja, da ist ja trotzdem unten drunter. weil du zu weit puddelst, bist du weit unten? So, das wäre klar. Wir müssen ja schon so weit unten sein, dass wir die nicht erreichen können, das heißt, das wäre doch für die flache Erde-Theoretiker dann so weit, dass du wieder im Weltall bist. Oder was auch immer um die Erde rum bist. Ich kenn mich da ja nicht aus. Naja, da gibt's verschiedenste Sachen. Ich hab mir da mal zwei, drei Sachen so angeguckt. Einfach, weil ich mir immer nicht vorstellt, ich hab alles wieder vergessen. Auch dieses, die Sonne so spiralmäßig um diese flache Erde rum geht und so. Also, was für einen absoluten Schwachsinn, die alle sich überlegt haben, um das zu begründen. Aber ich glaube, deswegen ist es auch meine Lieblingstheorie. Pass auf, die Leute, die an Reptilienmenschen glauben, das ist zu weit. Da kann ich nichts mit anfangen. Die sind einfach verrückt. Die sind einfach zu verrückt für mich. Die glauben auch bestimmt, dass sie ihren eigenen Stuhlgang zu sich nehmen können und das funktioniert schon irgendwie. Das ist nicht meins. Die Leute, die an die flache Erde glauben, ich sehe noch so einen Funken von, ah, okay, also, nee, verstehe ich nicht, aber vielleicht kannst du an diesem Punkt angelangen, wenn es dir oft genug erklärt wird. Aber guck mal, weil es geht ja gar nicht darum, dass die Erde flach ist, sondern es geht darum, dass die Erde flach ist und die Regierung uns das verheimlicht. Und das ist ja bei den Echsenmenschen, da gibt es ja auch. Hillary Clinton ist ja Echsenmensch, möglicherweise, aber die arbeitet auch mit Menschen zusammen, weil die wollen ja zusammen, diese, quasi die, die Macht über die Erdoberfläche. Aber die haben sie dann doch schon, oder nicht? Ja, ja, nee. Oder haben gerade die Echsenmenschen gegen Trump verloren. Wie scheiß sind die Echsenmenschen? Guck mal, das ist doch allein schon. Vor allem lieber die Echsenmenschen gehabt. Meinst du, die haben so alle, alle Verschwörungen zurückgeführt? Holy shit, Trump hat gewonnen? Ja. Stimmt das gar nicht? Die Echsenmenschen konnte ich, ich glaube, das ist einfach nur eine Frau. Und Trump ist der Echsenmenschen? Nee, nee. Aber doch, ja klar, weil die Mächtigen sind ja immer die, die die Macht haben und dann sind das ja die Echsenmenschen. Aber sollten die Echsenmenschen nicht wahnsinnig klug sein? Aber ganz ehrlich, bei Trump bin ich schon eigentlich überzeugt, dass der eher ein Echsenmenschen ist. Nee, ich glaube einfach, dass Trump sehr, sehr dumm ist. Und vielleicht. Der ist viel zu menschlich, um Echsenmenschen zu sein. Ich würde, wenn ich die Möglichkeit hätte, Trump zu treffen und ich hätte die Möglichkeit, ihm so eine Frage zu stellen. Ja. Und ich hätte, also es wäre so eine Vertrauensbasis, wo ich schon weiß, der wird mich nicht anlügen, der wird mir jetzt die Wahrheit sein. Ich möchte dieses so weiter, du bist in einem Raum mit Donald Trump und du kannst einfach mal, also du kannst machen, mach mal für zehn Sekunden, was fragen oder was machen. So, dann kannst du jetzt kommen. Oh, das ist jetzt aber auch fies. Ja. Aber wenn ich jetzt, aber, weil ich erwarte, wenn ich ihn zum Beispiel frage, halten Sie es für wahrscheinlich? Ja. Keine Ahnung. Dass die Echsenmenschen unter uns sind. Wenn ich Ihnen das ernsthaft frage. Ja. Ich könnte nicht hundertprozentig, also in meiner Fantasie kann ich mir durchaus vorstellen, dass er wirklich sagt, ja. Also auf Englisch. Yes würde er sagen. Yes würde er halt sagen. Aber wenn du mir die Frage so stellst, weil es natürlich die Versuchung, irgendwas zu tun, was irgendwas ändert, die ist groß, aber mir fällt nichts ein. Ich würde auch nichts machen, was irgendwas ändert. Ich glaube, ich würde ihn einfach aufheigen. Also gar nicht feste. Ich möchte nicht auf die Nazi-Schlagenschiene gehen. Einfach als, ich glaube, das hat er selbst wenig erlebt. Mit Argumenten und sowas, ich versuche nichts zu überzeugen oder so. Das ist alles, das Schiff ist abgefahren. Der Zurg ist abgefahren, sagt man, glaube ich. Schiff aus. Genau deswegen versuche ich, dass ich mit Argumenten, das wäre bei mir einfach nichts. Einfach für meine persönliche Befriedigung und um ihm dieses Erlebnis mal mitzugeben, einfach von einem Mit-20er oder in 20er war es schon, einfach eine Ohrfeige zu bekommen. Einfach mal ein Ohr. Also gar nichts, was schlimm ist. Das soll gar nicht weh tun. Das soll gegen die Psyche gehen. Oder ihm ein Gesicht spucken. Oder vor die Füße spucken. Oder ihm einfach so einen Kaffee über den Kopf. Einfach irgendwas, was ihn so ein bisschen... Was ihn in seiner Würde verletzt. Ja, genau. Einfach, weil ich... Das macht halt... Also, wer macht das schon? Wer verletzt ihn einfach mal in seiner Würde? Also er selbst natürlich sehr viel. Aber einfach mal, was er... Aber kannst du ihn noch in der Würde verletzen? Das frage ich mich. Ja, für ihn selbst. Es geht ja nur darum, was er selbst für sich denkt. Einfach mal... Oder einfach mal ganz oft ihn ganz oft Nein sagen. Vielleicht ist das das Schlimmste. Einfach mal so, nee. Oder einfach lachen. Auf ihn zeigen und lachen. Das kennt er ja schon. Nee, ich glaube, er verzieht... Also, ja. Aber das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Aber ich befürchte, da fällt mir nichts ein, wo ich das... Wo ich denke, ah, da, das vielleicht... Weil ich mit Fakten, wie du schon sagst, kannst du ihm nicht kommen. Nee. So Gewalt bringen. Vielleicht würde ich ihm die Haare mal so komplett einfach nur ums Gesehen zu haben. Wie Jimmy Fallon? Nee, ich glaube, ich würde es einfach aufgeben, irgendwas erreichbar. Aber die Haare mal so komplett gegen den Strich nach vorne machen. Das hat der Jimmy Fallon gemacht. Aber nee, der hat nur so durchgewischelt, oder? Achso, aber die lagen dann so. Ja, ja, genau. Ich möchte ihn mal so komplett... Also einfach... Vielleicht zieht sich dann die Haut ab und er ist dann wirklich ein Echse-Mensch oder irgendwas diesem Ding da oben drauf. Oder ich würde ihn halt fragen, ob er meiner Partei unterstützen will. Die Galaxie. Die Galaxie. Sind sie für die Galaxie? Mr. President. Okay. Das ist voll... Du kannst einfach alle... Mögen sie die Galaxie? Ja. Und zack hast du schon wieder... Ja. Kannst du auf deinem Brust da... Und vor allen Dingen Leute, die nicht in diese Galaxie mögen, die können ja gerne woanders hingehen. Ja, richtig. Weißt du, was habe ich ja schon mal gesagt, mal kurz, wir sind bei Politik, was ich ungepasst überraschend finde. Ich finde, die größte Überraschung, eigentlich die größte Überraschung Deutschlands der letzten 20 Jahre ist, dass Til Schweiger kein AfD-Fan ist. Das findest du überraschend? Da war ich so richtig so, was? Wirklich nicht? Aber der hat sich doch schon hierher... Achso, die ganze Flüchtlingsdebatte, da hat er sich ja sehr klar positioniert. Wir sind älter schon, die Feststellung. Aber als ich das erst mal erlebt habe, wie er sich aktiv dagegen so eingesetzt hat, auch sehr polemisch und blöd, aber dagegen trotzdem, da habe ich so, ey, Til, da hätte ich nicht mit gerechnet. Ich hätte eher gedacht, dass die Polemik in die andere Richtung geht. Da habe ich gedacht, Til Schweiger, also schade, dass du Filme machst. Das ist also A, weil die Filme halt so sind, wie sie sind, aber B, wenn jetzt, guck mal, stell dir vor, der Til Schweiger würde jetzt einfach mal den Martin Schulz ersetzen. Glaubst du, die SPD würde dann in Koalitionsverhandlungen mit der CDU gehen? Nee, nee, würde er nicht. Der Til Schweiger würde auf den Tisch hauen und sagen, nee, ich adoptiere jetzt irgendwelche Leute und mache es dann trotzdem nicht oder irgendwas, der hat doch irgendeinen Blödsinn da gemacht. Ich baue jetzt ein Waisenhaus oder so. Dann hat er gemerkt, ah, ist ja ganz schön kompliziert und dann hat er es leider doch nicht geschafft. Also sowas würde der halt machen. Also hätte er halt wert. Til Schweiger als Name für eine Partei. Nee, nee, da, also, also, was hat jetzt mehr, was hat jetzt mehr Bedeutung für die Deutschen? Die Galaxie oder Til Schweiger? Nee, aber, nee, weißt du, wir wollen ja, wir wollen ja, nicht sehr reduzieren. Wir wollen es ja so offen wie möglich machen, um halt die Leute, die da stehen, Til Schweiger ist auch ein Idiot, die wollen wir ja, die wollen wir auch. Dann bleiben wir bei der Galaxie. Die wollen wir alle. Nathalie hat uns geschrieben. Hallo Nathalie. Sehr geliebte, der die Ratsherren. Hach, ist das schön, dass ihr wieder, wenn auch unregelmäßig. Der Ratsherren? Was? Der, sehr geliebte, ich meine vielleicht der Ratsherren, der die Ratsherren Podcast. Also es steht halt so. Ich lese es auch noch vor, ich möchte es ja unverfällig wiedergeben. Nathalie. Oder ist das schön, dass ihr wieder, wenn auch unregelmäßig, unter den Lebenden weilt? Ich würde keinen Internetführerstein bekommen unter mir. Ich habe ein vielleicht slash hoffentlich interessantes Thema für euch, nämlich geht es um Familienplanung. Öh. Ne, pass auf. Öh. Um spezifischer zu werden, Familienplanung als Single. Öh. Ich bin 24 Jahre alt und bin, wie es das Thema schon vermuten lässt, Single. Und das schon immer. Eine Beziehung ist schlichtweg nicht zustande gekommen, da es sich nicht ergeben hat. Wahrscheinlich bin ich in der Hinsicht Robin sehr ähnlich. Es tut mir nicht sonderlich weh, alleine zu sein und es fehlt mir auch nicht wirklich an etwas. Jedoch möchte ich auch in gewisser Zeit, in etwa drei bis vier Jahren Mutter werden. Da ist Robin auch hoch. Sollte, ja so, sollte sich, Sprung, also diese zwei Sätze waren sehr viel näher aneinander als ich jetzt erwartet hätte. Ich bin glücklich, alleine ich möchte in drei, vier Jahren Mutter werden. Jedoch, habe ich gelesen, Mutter werden, aber ich mag leider keine Kinder, was kann ich tun? Der Satz geht noch weiter, sollte sich bis dahin nicht doch zufällig eine Beziehung ergeben. Man lebt schließlich nur einmal und ein Kind gehört für mich in meiner Lebensplanung dazu, ob nun ein Mann in meinem Leben ist oder nicht. Ich habe einen festen Job, der genug Geld einbringt, eine Wohnung, die groß genug ist und auch meiner Mutter gefällt die Idee einer künstlichen Befruchtung und freut sich, in den nächsten Jahren Oma zu werden. Es gibt in Berlin zwei Samenbanken, hier kleiner Service noch dazu, es gibt in Berlin zwei Samenbanken, die so Wunsch-Single-Mütter seit kurzem tatsächlich unterstützen. Die Frage entsprechend, was haltet ihr von diesem Vorhaben? Da spielen ja viele Faktoren hinein. Das Kind würde ohne Vater aufwachsen und ich wäre eine alleinerziehende Mutter, etc. Ich weiß, das Thema ist etwas kontrovers, gerade deswegen bin ich sehr auf die Diskussion gespannt. Liebe Grüße, Nathalie. Das ist wirklich wahnsinnig interessant. Also A mit 24 an den Punkt angekommen zu sein, wo man sagt, ich will jetzt Mutter werden. Ja, in drei, vier Jahren. Ja, aber trotzdem, ich bin jetzt, ich bin in drei, vier Jahren. Ich bin ja 27 und allein mit 24, wenn du mir erzählt hättest, ey, du bekommst bald auch in einem Jahr ein Kind, ich sage, ah, oh. Also das ist für mich immer noch sehr weit weg. Ja, also, warum nicht? Also. Spannend. Nee, also, ich habe da jetzt, ich bin da jetzt nicht der Meinung, wo, ich finde dieses, nein, da brauchen einen Mann im Leben, halte ich für großen Schwachsinn. Ähm, weil ein, ob ein Mann da ist oder nicht, sagt sehr wenig über sein Erziehungsziel aus. Ähm, du kannst eine Mutter haben, die mehr wie die, die klassische Rolle eines Mannes einnimmt, weil das schlicht und einfach von der Gesellschaft aufgebaute Geschlechtskonstrukte sind, die dann eben dann forciert werden von der Gesellschaft. Das heißt, ob du jetzt eine alleinerziehende Mutter bist und die klassische Rolle eines Vaters oder eine Mutter einnimmst, ist egal oder irgendwas dazwischen. Ähm, von daher, also ich, das, das Schlimme bei, wenn du ja eine alleinerziehende Mutter bist oder auch ein alleinerziehender Vater ist ja glaube ich im allermeisten Fällen, dass du in dieser Situation meistens nicht freiwillig bist. So, dass du dein Leben irgendwie anders aufgebaut hast und dann irgendwo reingeworfen wirst, wo irgendwas nicht so lief, wie es hoffentlich. Oder in dich würde irgendwas reingeworfen. Hey, wo es irgendwas nicht so lief, wie es laufen sollte, das ist ziemlich gut. Ähm, und dann musst du halt damit klarkommen, dass du dein Leben irgendwie jetzt umwerfen musst. Aber wenn du das schon genauso planst und auch weißt, dass du genauso damit glücklich bist, ähm, also, sure, why the fuck not? Ja, mein Gegenargument wäre tatsächlich, ähm, das hebelt sie vielleicht ein bisschen aus, da ihre Mutter dabei ist, aber, es ist halt, glaube ich, schweineanstrengend. Ich kriege das, ich kriege das bei, bei Basti mit, äh, Kollegen. Wenn du dich um Basti kümmern musst. Wenn du dich um Basti kümmern musst und er sich um mich. Nee, aber auch bei einer, bei einer Freundin, die tatsächlich jetzt mehr oder weniger alleinerziehend ist, ähm, da bin ich wahnsinnig erstaunt, dass ihr das wenig kriegt mit einem, Job voll, so, und, äh, halt Kind noch abholen und so, und ich glaube, dein Leben ändert sich halt eindeutig, äh, und es wird, glaube ich, einfach anstrengender, wenn du mehr oder weniger alleine da bist, denn wenn zwei da sind, sind halt zwei da, so. Ähm, jetzt ist natürlich, wenn dann noch einfach so die, die Mutter da ein bisschen unterstützen kann und so, dann ist das, glaube ich, wieder ein bisschen was anderes, aber das ist eine Sache, wo ich sagen würde, wenn die Möglichkeit da ist, das mit einem Partner zu machen, warum nicht mit einem Partner, weil schon mit jemandem zusammen wohnen, macht das Leben so viel einfacher in ganz, ganz vielen Bereichen, auch so dieser ganze finanzielle Kram, das darf man ja auch nicht unterschätzen, was so ein Kind kostet, ähm, und wenn du das alles alleine stemmen willst, da hast du schon ein bisschen was vor dir, so, und deswegen wäre so, das wäre so ein Punkt, wo ich mir, wenn ich drüber nachdenke, schon mehr, äh, vielleicht ein bisschen Gewicht drauflegen würde. Ja, aber das ist vielleicht einfach aus seiner persönlichen Situation, also, wir wissen ja jetzt nicht, wie viel Geld sie verdienen, wir wissen nicht, wie viel die Mutter da ist, vielleicht ist die Mutter ja Rentnerin, ist immer da, dann hat sie, hätte dieses Kind sogar mehr Aufsicht als in einer klassischen Beziehung, ist ja auch oft so, dass dann beide Elternteile arbeiten sind, was ich halt zum Beispiel kritisch sehen würde, ist, wenn es halt irgendwie nach einem Jahr, äh, ganz Tag betreut werden muss, so, das, sowas sehe ich dann eher ein bisschen schwierig, da gibt es halt auch Familien, wo es einfach nötig ist, und wo, also, überhaupt gar keine Kritik oder sowas von mir, äh, als 27-Jähriger Single in Friedrichshain, der irgendwas in den Medien macht, also, ich will mich da nicht dazu erheben, zu sagen, das sind die Leute, die so ihr Kind entziehen, das ist ja nix, ähm, aber ich sage, wenn sie halt, wenn man halt die Wahl hat, dann zu sagen, äh, nö, äh, das Kind kommt jetzt irgendwie ab dem ersten Lebensjahr, ich weiß nicht, wie früh das geht, in Ganztagsbetreuung, fände ich ein bisschen hart für das Kind, geht, wird dann auch, geht auch, aber, na, vielleicht ein bisschen hart, ähm, aber, also, wenn die Situation so ist, dass die Oma in dem Fall dann immer da wäre, ähm, dass man selbst damit glücklich ist, und das definitiv weiß, ist natürlich eine, eine, schon eine Voraussetzung, dass man da nicht nach einem halben Jahr sagt, oh, irgendwie, ähm, naja, ähm, Kind braucht Vater und Mutter, ich, ich kenne ja keine Studien, ob es da irgendwas gibt, das heißt so, das, das ist halt etwas, was, äh, Probleme generieren kann, aber ehrlich gesagt, ich, ich wüsste, ich wüsste jetzt, also, wenn es da, wenn es da wissenschaftlich irgendwelche Probleme generieren würde, würde es nicht so sein, dass, äh, auch, äh, homosexuelle Paare mittlerweile adoptieren dürften, also. Ja, wir sind ja auch zu zweit. Ja, ja, klar, aber da gäbe es dann ja auch nur zwei Mütter oder zwei Väter. ja, das meinst du, das meine ich ja. Ich meine, ich war jetzt tatsächlich so, wenn ein Kind alleine quasi nur auf eine, eine Person. Also, du redest einfach eine Menge. Ja, es war jetzt tatsächlich so ein, so ein, so ein Main-Ding, jetzt nicht im Sinne, dass es männlich oder weiblich ist oder sowas, sondern einfach so dieses, ähm, also, ich finde, Also, wenn die Oma jetzt nicht da wäre, die Mutter nicht da wäre, würde ich da auch nochmal ein bisschen anderes drauf sehen, allerdings würde ich auch dann sagen, diese, die Nationalität hat sich da bestimmt ein bisschen mehr darüber Gedanken gemacht als ich, jetzt gerade in meiner Situation. Ja. Da hätte ich dann einfach, also, ich würde niemand, ich würde es mir einfach nicht anmaßen wollen, zu sagen, nee, ich glaube nicht, dass das gut ist, äh, weil ich mir nicht so viele Gedanken machen kann, wie sie das, also, die Person, die sich selbst ein fremden, ein fremdes bisschen Sperma implantieren, implementieren, implantieren, in sich reintun will, ähm, die hat offensichtlich das Gedanke über dieses Thema gemacht. Ja, Nichts, was ich sage, äh, kann eine neue Information für sie bereithalten. Nee, vor allen Dingen ist es ja, ist ja nun wirklich nichts, wo man sich hineinsetzen kann, weil adoptieren ist ja nochmal komplett anders, da kriegst du ja was, Das ist nichts, wo man sich reinsetzen kann, das ist ein Stück Sperma. Nein, weißt du, weil dieses, weil ich habe mich tatsächlich schon mal nachgedacht, so, wie ist das, wenn man ein Kind adoptiert, weil es ist ja, ist ja was Fremdes, was du erstmal, was du erstmal kennenlernen musst und so, und das ist ja was anderes, als wenn du das Kind selber gebärst, oder quasi, ne, das habe ich gemacht, als Mann daneben steht. Das ist aber nichts, ne? Das ist nichts geworden, Schatz. Da kannst du ja nichts für. also, was heißt, da kannst du nichts für, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du dein eigenes Kind siehst und sagst, da hat Mutter-Slash-Vater-Natur natürlich schon genug Sachen komisch geregelt, Kommt noch eins, ach Gott sei Dank. dass das, dass das, 50, dass du das schon gut findest. Ja. Adoption ist nochmal, nochmal ein komplett anderes Thema, und so, künstliche Befruchtung, ich, wie gesagt, ich glaube, dass das so, was Mutter-Kind-Bindung, ich hatte, weil ich habe tatsächlich, früher, als ich studiert habe, habe ich tatsächlich auch mal schlau gemacht, was, was du kriegst, wenn du, wenn du dein Sperma spendest, oder verkaufst, quasi, an sowas. Das gab echt ordentlich Kohle, also ich glaube, das war irgendwie auch sowas an die 1000 Euro, oder 800 Euro. Also ich habe noch so viel auf Lage. Ja, nur das Ding ist, du unterschreibst da ja schon Krempel, wenn man sich das dann mal durchliest, und so, weil du bist halt, ich glaube rechtlich, so war das damals rechtlich, nicht hundertprozentig davor sicher, dass nicht irgendwann eine Frau sagt, hier übrigens, das ist dein Kind, ich kriege noch Unterhalt von dir, obwohl du das halt anonym gespendet hast. Und solche Sachen waren dann, wo ich dann so dachte, ja, das ist doch ein bisschen ein komisches Gefühl, plus halt natürlich diese Vorstellung, dass da draußen Kinder, die genetisch irgendwie und so, und dann denkt man so, huch, fand ich dann auch mehrwürdig. Es gab jetzt letztens eine Story, ich weiß nicht, ob du die gehört hast, die ist relativ viel drauf gegangen, von einer 25-Jährigen, die sich, wie ist das Wort, implantiert, implantiert ist das Wort, oder? Sagt man das auch bei Sperma so? Eier, implantiert? Eier, nee, injiziert? Inje, Inje, injiziert? Einmal in den Po. Du setzt doch, aber eine künstliche Befruchtung. Oh Gott, hast du das jetzt? Du injizierst doch, ganz kurz, darf ich ganz kurz? Wir sind wirklich die zwei ignorantesten Menschen, und mit dieses, da fühle ich mich so richtig schlecht, für alle, für jede Frau, die gerade diesem Podcast zuhört, fühle ich mich schlecht, und möchte mich entschuldigen. Nee, 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 wir sind Galaxie. Robin, nee, 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 wir sind Galaxie, das muss man aber anders, das darf doch kein Grund sein, jetzt zu sagen, deswegen regen wir nicht drüber. Verstehst du? Das ist doch, das ist doch so ein, das ist doch so, äh, Ignoranz ist ja auch ein Trait, den man durchaus mal, so ein Schwanz einziehen, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es um solche Themen geht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Nee, aber ich hab da, aber ich will jetzt hier nicht fabulieren, als ob das so ein großes Rätsel ist, wie das funktioniert. eine, eine Mutmaßung. Ja, eine Mutmaße mal. Nee, jetzt hab ich keine Lust mehr zu maßen, dann muss ich das halt googeln nachher und am nächsten Mal so tun. Ich hab noch mal nachgedacht und mir ist übrigens eingefallen, dass das so und so funktioniert. Also. Ich wollte dir nur bei deiner Wortfindung helfen. Geschichte. Die war 25, glaube ich, und hat sich, jetzt bin ich wieder bei der Frage, wie das heißt, egal, hat sich eingefrorenes Sperma genommen von vor, ich glaube, 26 Jahren. Ist das, Entschuldigung, ja. Also das Kind war länger eingefroren, als sie lebt. Das Kind war quasi älter als sie, wenn man das so sagen möchte. Also darüber nachzudenken, ist halt so wirklich Blade Runner. So, hallo, wir sind übrigens da, wir sind angekommen, guten Tag, ist es die Zukunft? Finde ich wahnsinnig. Aber es war eine lustige Anekdote. Weißt du, wenn du dein Kind vorstellst, ja, das ist, das ist Karl, er ist 27. So, das finde ich einfach, ist eine lustige Geschichte. Also wenn ich das schon machen würde, Nathalie, auch, wenn du diese spannende Geschichte noch ein bisschen spannender gestalten möchtest, nimm Sperma, das möglichst lang eingefroren wurde. Also, das musst du auf Tinder schreiben. Ich habe übrigens ein Kind, das ist 28. So, also ich würde fragen, ich würde sagen, hey, was ist los? Was ist da passiert? Hey, äh, hey, äh, was? Aber ich frage mich gerade, ähm, aber das, ich frage, okay. Ich frage nur, wie sucht man das wohl aus? Also wenn, wenn ich jetzt mit so einer Samen, wenn ich jetzt zu so einer Samenbank gehe und sage, hallo, ich hätte gerne ein Kind, das finde ich irgendwie faszinierend. Ich habe mir halt auch schon gedacht, also, das Risiko, dass du halt ein scheiß hässliches Kind bekommst, ist halt echt auch da. Na, Hälfte, Hälfte. Also wenn du jetzt nicht so hässlich bist, hast du ja schon, also, ja, aber, was ist schon mal vor, der Mann ist jetzt sehr hässlich gewesen. Gibt's da, hab ich auch nicht nach, nach, wenn man ein Sperma spendet, ob es da so, auch wieder so ein Fragebogen gibt, wie drauf steht, glauben sie, dass die alle, und doch, und so ein Bild. Ja, das ist ja nicht vererbbar. Nee, aber, aber im Sinne von, das ist nur so eine Hinleitung und dann steht irgendwo, würden sie sich als hübsch bezeichnen? Dann kriegen wir schon ein Foto oder sowas. Ich bin mir vor, in der Samenbank ist immer so ein Bild, ein Bild vom Papa über. Naja, also, ob es so eine Art Hässlichkeitsgrenze gibt. Ja, das ist schwierig. Also, rein wissenschaftliche, aber ich, oder ob das komplett anonym ist. wird ja untersucht, also mal davon abgesehen. Hey, falls ihr bei einer Samenbank arbeitet, schreibt uns doch mal, wie das heißt und was da alles passiert. Vielleicht könnt ihr Nathalie einen Tipp geben von einem schönen Spermium, das ihr gerade rumfliegen habt. Entschuldigung, die fliegen ja gar nicht, die Spermien. Das geht ganz, oh, das wird nicht. Nein, hallo, ich weiß noch nicht, wie viele Spermienbanken, wollte ich gerade sagen, wie viele Samenbanken es gibt in Berlin. Vielleicht gibt es da ja gute und schlechte. Na, sie hat ja doch geschrieben, zwei. Okay, dann würde ich auf Yelp erstmal gucken, welche bessere Reviews hat. Bevor ich irgendwas anderes mache. Gibt es Gelb noch? Würde ich erstmal Google Reviews gucken, wo da die hübschesten, hübscheren Kinder geboren wurden. Und dann, Entschuldigung, hast du eigentlich schon über, über diese Logan Paul Geschichte irgendwo mal geredet? Äh, nee, ich glaube nicht. Der hat ja gerade ein Video rausgebracht, gesehen. Ja, ich habe das, ich habe das Video nicht gesehen, was ich ertragen habe. Warum? Der hat da ganz traurig geguckt, ganz oft, da war traurige Musik. Pass auf, dann lass uns da doch nochmal kurz drüber reden. Gerne. Weil das finde ich irgendwie spannend und ich bin, Logan Paul kannte ich bis da nicht. Ist offensichtlich ein sehr großer YouTuber. Hat der gerade einen Film gehabt, der ist? Hat der, achso, tatsächlich? Okay. Nein, der hat tatsächlich Filmverträge, die irgendwie dieses Jahr irgendwie in Kraft, der spielt auch einen richtigen Hollywood-Film jetzt tatsächlich mit. Sollte er. Ich weiß nicht, ob es noch so ein bisschen erledigt. Hat sich so ein bisschen erledigt. Er ist YouTuber, ich kann ihn bis da nicht. Ich glaube, er hatte 15 Millionen Abonnenten zum Zeitpunkt dieser... Jetzt hat er 16. Jetzt hat er 16, dieser Geschichte, die sich zugetragen hat. Der hat eine Japan-Reise gemacht und es ist, es ist eine Art von YouTube, die ich grundsätzlich schon ganz, ganz schlimm finde. Nämlich sich halt zum Vollkasper geben und durch die Gegend ziehen und sich irgendwo einen Tintenfisch kaufen und damit dann Blödsinn machen und solche, also wirklich ganz, ganz furchtbar cringige Sachen, die aber seiner sehr jungen Zielgruppe offensichtlich gefallen. Der hat eine Japan-Tour gemacht und war im Suicide Forest unter anderem auch. Suicide Forest ist ein bekannter Wald, also mittlerweile auch weltweit bekannter Wald, der von Einheimischen tatsächlich oft für den Selbstmord genutzt wird. Da fahren Leute hin. Das ist ein sehr, sehr dichter Wald. Der ist irgendwie auf dem Vulkangestein von Mount Fuji ist das, glaube ich, da gewachsen. Das ist halt wahnsinnig durchsinnend. Da fahren halt Leute hin und wenn du halt vom Weg abkommst, kann es halt auch sehr gut sein, dass du einfach nicht mehr rausfindest. Genau. Und da ist er halt natürlich hin und mit einem Führer auch und wie es der Zufall sich ergab, haben sie dort... Und einen lustigen Hut, und einen wahnsinnigen lustigen Hut. Ah, nein, schon das, ne? Hätte schon gereicht. Also er hat so wirklich so ein Bommel, er hat es eh alle gesehen. Nee, es ist doch, es war irgendwie aus Toy Story, irgend so von diesen kleinen grünen Männchenhut-Dings. Ja, ja. Ganz, ganz furchtbar. Auf jeden Fall haben sie dann eine Leiche gefunden und das ist an sich, kann das ja passieren. Aber natürlich haben sie dann ein Video gemacht, natürlich haben sie die Leiche gefilmt, natürlich hat er wahnsinnig geschmacklose, blöde Witze gemacht. Vielleicht auch, weil das dann eine Übersprungshandlung war. Ich weiß es nicht. I can't believe that, bro. Er wollte das Video zu veröffentlichen mit noch einer Einleitung, wo traurige Musik liegt und er sagt, das wird YouTube verändern. Ich glaube, noch kein YouTuber hat das und das gemacht. Es hat YouTube verändert. Es hat YouTube verändert, aber ich glaube nicht so, wie er sich das gewünscht hätte. Das Video ist natürlich viral gegangen und natürlich gab es einen riesigen Backslash, er hat das Video runtergenommen. Aber der Shitstorm war verdientermaßen da und hat natürlich eine... Auch wirklich, ich muss sagen, einer der größeren Shitstorms, die ich je miterlebt habe. Der auch sehr schnell über YouTube hinausgegangen ist. Hat mich richtig mit Wärme erfüllt. Wie viele Leute, so Whoopi Goldberg zu sehen, wie sie den als dumm Idiot mitzeichnet. Es war einfach so, mh, mh, aha, mh, schön. Das Traurige an dieser Geschichte ist halt, dass sehr viele von seiner jungen Zielgruppe überhaupt gar nicht verstehen, wo das Problem ist und einfach zum Teil sicherlich, weil sie einfach blind ihr Idol verteidigen, zum anderen aber auch wirklich einfach nicht verstehen, wo bei dieser ganzen Geschichte der Fehler war. Wenn du zu jung bist, kann ich das so nachvollziehen. Also wenn du halt so sechs bist, dann ich glaube, das ist kein unwesentlicher Teil dieser Zuschauerschaft, die so fünf, sechs, sieben ist, ist es auch schwierig, also wirklich ernsthaft über dieses Thema nachzudenken. Ich glaube, es ist dann eher wichtig, dass du die so, die Jugendlichen, die so zehn bis 15 sind, dass du die kriegst, weil das hat dann wirklich, da wird es dann auch so kritisch. Also wenn du da halt Suizid verherrlichst und dann hast du so Probleme vielleicht noch und das ist alles kein Problem, ist lustig, das kann dann schon sehr schnell sehr kritisch werden. Also wenn die so jung sind, dass sie von dem ganzen Thema noch gar nicht raffen, was da passiert, so das ist dann, da sind dann halt mehr die Eltern gefragt, dass du irgendjemanden hast. Es gibt, also es gibt Videos, wo Eltern ihre Kinder gefilmt haben, die geweint haben und auf die Frage, warum sie denn weinen, haben sie über dieses Video geredet und haben gesagt, ja, warum weinst du denn jetzt? Und sie sagten, naja, weil dieser Mensch oder dieser Mann, der sich da umgebracht hat, der ist jetzt tot. also das ist eine Art Konfrontation mit dem Tod plötzlich ist, die völlig aus dem Kontext, deswegen sollte ich vielleicht noch keine Kinder haben, das finde ich sehr, sehr beeindruckend, das ist, finde ich sehr krass. Und da gab es einige, ich habe mich da so ein bisschen eingelesen, wie gesagt, ich kannte den vorhin, ich habe mir dann aber auch noch seine anderen Videos, die er in Japan gemacht hat, angucken, das ist wirklich furchtbar respektlos und ignorant. Ich denke, dass das für viele dieser Kinder der erste Auseinandersetzung mit dem Tod sein kann, dass sie vielleicht noch nicht verstehen, was das komplett ist und so. Dann in diesem Kontext, mit einem Typen, der mit so einem Hut, also der trägt ja diesen Hut nur, damit das Ganze schön lächerlich und prankig und bro aussieht, das in diesem Kontext das erste Mal zu verlegen, ist auch eine Sache, wo man so ein bisschen Gänsehaut gekriegt hat, das ist ganz, ganz ein Thema, wo so viel falsch gelaufen ist und das aber auch noch solche Konsequenzen haben kann für so einzelne Personen, die überhaupt, weißt du, du guckst das ja auch und du erwartest ja auch nicht, dass du, also jetzt auch als Elternteil oder sowas, dass sowas bei YouTube tatsächlich auch online ist eine ganze Zeit, weil das ist ja auch eine Sache, die sich YouTube, bei den Trends und so, genau, das ist eine Sache, die sich YouTube ja auch sehr, beziehungsweise seit Google gefallen lassen muss und das tun sie auch und sie haben ja auch schon reagiert, dass dieses Video halt wie reingegangen ist und dass da keiner mal gegenhalten hat und das war nicht so, dass das irgendwie subtil war oder dass man das nicht, es war im Thumbnail, es war im Titel und vielleicht haben da Leute, die das, ich weiß nicht, irgendwie mal gesehen haben, die Verantwortung, die haben gedacht, ja, ja, ach so, Blut wird ja keiner sein, das wird sicherlich irgendein Prankbro sein oder ich hab kein Bock, die werden das Video gesehen haben und gedacht haben, das ist ein neues Logan Paul Video, also da würde ich denen jetzt nicht Ignoranz irgendwie vorwerfen, sondern schon aktive Beihilfe, also das wäre sonst nicht in den Trends ganz oben gelandet, das ist ja, ohne dass es zumindest einer gesehen hat, der, die werden, die werden bewiesenermaßen von Hand bearbeitet, diese, diese Trends, das sind keine Algorithmen, weil da auch, da kommen halt auch bezahlte Kampagnen und sowas rein, diese Trendlisten, deswegen, da haben, da irgendeine Abteilung, ob es da jetzt 1 oder 5 oder 20 Leute für verantwortlich sind, aber irgendjemand, irgendwelche Leute haben dort gesagt, das ist in den Trends, das ist gut. Und ich find's halt, also es ist ja auf so vielen Ebenen schwierig, also was heißt schwierig, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich es formulieren soll, weil ich weiß halt gar nicht, was mich mehr schockiert hat. Was schwierig ist, ist eigentlich sehr, also es ist ein überraschend einfaches Thema. Na, also, weil es ist zu einmal, du hast ja dieses Kulturelle, wenn du dir eben die anderen Videos anguckst, wie er mit der japanischen Kultur umgeht, wie er da mit Orten umgeht, er ist nur in einem Tempel und verhält sich einfach vollkommen asozial und völlig am Thema vorbei und man kann halt auch nicht sagen, ja, er wusste es vielleicht nicht besser, weil die hatten verdammt nochmal einen japanischen Führer dabei, der ihnen ganz genau gesagt hat, was Sache ist. Das heißt, das ist alles berechnend gewesen. Ist so ein bisschen Jackass für komplette Arschlöcher. Nicht nur für komplette Arschlöcher, sondern auch für Leute, die, weiß ich nicht, einen sehr simplen Humor haben oder sowas. Okay, das ist Jackass. Naja, nee, Jackass, da muss ich ja sagen, das ist ja so, erfordert auch einen gewissen Mut, vielleicht auch eine gewisse Naivität, einen gewissen Leichtsinn, wenn du dich irgendwo runterstürzt oder dich als Hütchen verkleidest und irgendwo in den Weg stellst oder sowas. Das sind halt so, weiß ich nicht, da steckt noch ein bisschen mehr drin. Mein Gedanke bei Jackass ist halt immer, du hast Produzenten dabei, die Leute, die dann bezahlen und sich um Freigaben kümmern. Wenn jetzt Jackass einen Laden zerstört, dann weißt du, da hat im Endeffekt jemand das vorher geklärt. Mittlerweile, ja. Naja, als Jackass bei MTV Lee, da hatten sie immer so und das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Faktor, weil es gibt auch bei Jackass Szenen, wo sie halt durch Japan rennen und da in Läden sich boxen und dann werden viele Sachen oben und so. Die hatte ich gerade tatsächlich missvergessen oder auch, wo sie halt leicht begleitet mit so einem Gong durch die Gegend ziehen, da könnte man auch durch Aber da hast du halt immer die Produzenten und sowas im Hintergrund, die sich A darum kommen, es werden nur die Leute gezeigt, die das unterschreiben. Da gibt es ja auch wahnsinnig viele Berichte, wie die das immer gemacht haben. Die Leute werden bezahlt, wenn die den Schaden aufkommen. Also das ist einfach eine Ebene von Professionalität, die ich dann auch wichtig finde. Ob man das jetzt so sich finde ich oder nicht. Ob man das so sich finde ich nicht. Und auch in den Szenen, wo dann andere, also wo dann normale Leute vorkommen. Zum Beispiel in diesem, wo sie als Pandas irgendwie durch Japan rennen. Die Szenen, wo du fremde Leute siehst, sind meistens, wie die in die Kamera lachen mit den Pandas oder sowas. Also du siehst, wir machen uns über uns lustig und wenn Leute vorkommen, andere Leute, dann lachen die mit uns. Wir zeigen jetzt nicht Leute, wie wir uns nehmen. Die sind so und irgendwie die sind genervt von uns. Wenn du dir die Leute in dem Logan Paul Video anguckst, sind alle angepisst und genervt. Sie sagen nur nichts und das wird mit, die sind so höflich, die sind so höflich, aber der hat einfach nur keine Ahnung. Das finde ich ist halt ein sehr, sehr wichtiger Unterschied und ich weiß halt, wenn Dinge zerstört werden, werden die bezahlt. Das sind für mich so Sachen. Jetzt nicht bei Logan Paul. Das kannst du mal von ausgehen, dass da, wenn da Sachbeschädigung irgendwie vorliegt, also wenn die irgendeinen Fisch auf dem Taxi legen, da kümmert sich kein Schwein mehr von denen. Und auch, ob irgendeiner dieser Menschen in einem Video vorkommen will. Glaubst du, hat irgendjemand gefragt von denen danach? Ja, klar. Hat sich nur überlaubt und es eingeholt? Das ist ja auch die Sache in diesem besagten Suicide Forest Video oder danach auf dem Parkplatz interviewt er oder ist nur irgendjemand, die ihn kennen, die Fans sind dir auch so in die Kamera. Hä? Und direkt die danach reinzuschneiden in so eine Nummer ist auch so ein, also auf ganz, ganz vielen Arten und Weisen ganz, ganz furchtbar daneben. Bei mir ist immer so durch den Kopf gegangen, diese Medienverantwortung oder die Verantwortung, die du einfach als oder Influencer oder als jemand hast, der ein großes Publikum reißt. Das ist ja auf YouTube nicht das erste Mal, dass da große Leute offensichtlich überhaupt gar keine Ahnung oder Gefühl oder was auch immer haben, was eigentlich diese Reichweite bedeutet. Das haben wir in Deutschland ja auch das öfter mal gemacht. ApoRed ist auch verurteilt worden für diesen Bombenprank. Aber ich gehe mal am besten bis... Was hab ich komplett vergessen? Das hast du auch vergessen. Was ist ignoriert? Gib's doch zu. Nee, ich hab sogar so ein Erziekel über den gelesen, wie der so, wie so ein absoluter Vollarsch sich im Gericht aufgeführt hat. Äh, ach. Aber auch so, genau. Und da würde ich aber auch nicht behaupten, dass die irgendwas gelernt haben oder dass die sagen, ach nee, das stimmt, sondern es ist einfach eher so fast noch eine coole Sache verurteilt worden auch im Knast irgendwie gewesen. Kann man ein cooles YouTube-Video draus machen. Kann man ein cooles YouTube-Video draus machen. Und bei Logan Paul war es jetzt ja so, der hat jetzt, ich glaube gestern oder vorgestern war das ein Video-Release, nachdem, also der hat den Shitstorm mitgenommen und hat reagiert, nicht besonders schlau, hat einen Post verfasst, wo er gesagt hat, ah, ich hab das nicht für die Klicks gemacht. Ich habe die Klicks. Ich, ich, ich. Das war halt, um aufmerksam zu machen und dann kattest du mal zu seinem Hut, wie er da im Suicide-Focus ist. We saw that body, bro. Also das ist die größte Schwachsinns-Ausdreide, die ich je gehört habe. War nicht so geschickt. Auch sein Entschuldigungs-Video, wo man mit, weiß ich, verdrenten Augen irgendwie da sitzt und sagt so, sorry, sorry, sorry. Das, das war so. Dann hat er erstmal nichts gemacht und dann hat er jetzt ein Video gemacht. Ich hab's ihm, wie gesagt, irgendwie nur eine Minute angucken können, weil, weil ich hab's einfach nicht ertragen. Ich hab's komplett angesehen. Ah, dann kannst du vielleicht besser, besser drüber reden als ich. Was, was hat er da gemacht? Also in dem Video, das heißt halt Suicide, be here tomorrow oder so, ganz ähnlich, was halt ein Slogan quasi ist, wo er dann, ähm, er besucht ein, äh, ein, ist das ein Opfer? Ich weiß gar nicht, wie ich das korrekterweise bezeichnen sollte. Also tatsächlich weiß ich es nicht. Es ist halt jemand, der sich versucht hat umzubringen und es hat nicht geklappt. Äh, und, äh, der berichtet halt darüber, wie das für ihn war und der besucht die, äh, National Suicide Prevention Hotline. Äh, und da gibt's also, ähm, es ist, wenn man, ich glaub, wenn die Fans sich das angucken, denken sie, oh, wow, krass, cool, schön, weil er spricht dann mit den Leuten, da gibt's traurige Musik, die dann darüber berichten und Logan Paul sagt so, oh, das ist so wichtig, dass man sich darum kümmert und, äh, sagt dann die Nummer von der Suicide Prevention Hotline. Ich als jemand, der auch so, so zumindest mit einem Fuß in diesem Videoproduktionsbereich schon mal reingucken kann ab und zu, denkt mir halt im Hintergrund immer, okay, wie unglaublich viele Shots haben die gemacht von Logan Paul, wie er ansinnig und still, äh, mit in sich gekehrt, ins Nichts starrt und so langsam den Kopf schüttelt, weil diese Shots, also es gibt so viele Shots, die einfach perfekt, äh, eingefangen sind von, von Logan Paul, der einfach nachdenklich ins Nichts guckt oder irgendwo langläuft und es gibt einen so einen Moment, äh, wo ich dann wirklich dachte, Alter, es gibt einen Moment, wo er bei den National, äh, Suicide Prevention Hotline mit dem Chef davon sitzt und, äh, reden halt über Suicide und er fragt ihn dann so, ähm, hey, kannst du mit irgendjemandem in Kontakt bringen, der mal selbst, äh, sich versucht umzubringen? Und er sagt so, ja, klar, das kann ich. Und du siehst halt, wie Logan Paul sich umdreht, irgendjemand anguckt, der nicht in der Kamera ist und so, und halt nicht traurig oder so, okay, können wir, können wir mit dem so nach dem Motto und dann, dann merkt man halt so, wie er ein Ja bekommt von außerhalb der Kamera und sagt, oh, that would be great, it would be great. Also, das wirkte halt nicht so, oh krass, so welche gibt's, das war so richtig, instantly zu seinem Produzenten oder Agenten oder so, umgedreht und um Erlaubnis gefragt, oh, das ist gut, das ist gut. Ähm, und dann kam er das halt dazu, wie der, dieses, äh, dieses, äh, der, 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 der Typ, der sich versucht hat umzubringen, wie er halt unter Tränen ihm erklärt, wie das ist und Logan Paul, der ihm halt mit leerem Blick gegenüber sitzt und mit trauriger Musik sagt, ach ja, stimmt, stimmt, und umarmen sie sich so, oh, I have so much respect for you, Bro, aber das ist so durchproduziert, dieses Ding, das ist so unfassbar durchproduziert, dass es absolut unmöglich ist, das nicht zynisch zu sehen, das ist so, das sieht zu gut, das sieht einfach zu gut aus, da stecken so viel Planung, so viele Telefonate, so viele Leute abseits von Logan Paul hinter, die sich darum gekümmert haben müssen, was ich halt sehen wollte, ist, wie Logan Paul selbst Leute anruft, sich um Sachen kümmert und dann sowas selbst aufnimmt, aber da sehe ich die Produzenten und Agenten, die sich darum gekümmert haben, dass Logan Paul möglichst gut aussieht, wenn man zum Friseur gegangen ist, nochmal besser aussieht. Seriöser, ja. Also wirklich, er hat diese Stimme, diese Stimmlage die ganze Zeit drauf, das ist die durchproduzierteste, zynischste Scheiße, die ich mir vorstellen könnte, um damit umzugehen, die auf den ersten Blick total ist, oh geil, er hat das Problem erkannt und er sorgt dafür, dass Leute mit der Suicide Prevention Hotline sich bekannt machen. Das ist auch toll, das ist super, dass da mehr Leute dann von erfahren, aber wie er das für sich selbst auszuschlachten versucht, ist absolut abartig. Mein Problem, mir ging es so, weil dieses, durchproduziert, ich konnte es nicht, weil das war für mich sofort dieser Plastiklook, es sieht halt aus wie irgend so, keine Ahnung, Mercedes nimmt 20 Millionen in die Hand und macht den Autowerbespot, das sieht dann so aus. Ich hatte das geguckt, nachdem ich einen Artikel gelesen habe, was er so verdient, also mutmaßlich mit seinem Shop, weil er hat ja so eine Modelinie und da waren halt so die Schätzungen von, ja, es könnten 10, 15 Millionen, könnten es letztes Jahr gewesen sein. Das heißt, das ist eine Riesenmaschinerie, die dahinter sitzt und das ist ja auch mit dem Team und so weiter, was er da hat, das ist einfach eine Geldmaschine, ich weiß nicht, er macht das halt um Geld zu tun, das ist halt sein Job und da geht es halt darum, dass er sein Image, so gut es geht, irgendwie rettet, dass er irgendwie um die Ecke kommt und so und da wäre, er saß, er wird garantiert nicht da gesessen und gesagt, ey, wisst ihr was, wir reden mal mit Leuten, die wirklich betroffen sind, um das mal zu verstehen, sondern da wird irgendein PR-Futziger gewesen, wie können wir jetzt kontern, dass du nicht verstehst, wo das Problem ist, Leute zu zeigen, die sich umgebracht haben, wie zeigen, ja, wir zeigen einfach Leute, die versucht haben, sich umzubringen und wir zeigen halt irgendeine Lösung, also wie kann man das verhindern, weil nicht Leute umbringen, wenn sich Leute nicht umbringen, ist das gut und das zeigen wir jetzt, wie man das irgendwie machen kann und das ist so der offensichtlichste Moves, den du machen kannst, das ist genauso, wie ist dieser Martin Fuzzi, der da für CSGO Lotto Werbung gemacht hat in seiner eigenen Firma, der sich danach in einem Entschuldigungsvideo hinsetzt mit seinem Hund und dem Hund den ganzen I'm so sorry, how do I explain that? Kennst du diese South Park Folge? Nee, ich guck's doch vor schnell nicht mehr. Es gibt eine Folge bei South Park, die ist auch schon ein bisschen älter, wo halt irgendjemand so richtig Scheiße baut und dann muss er sich halt entschuldigen dafür und das ist halt original eine Ansammlung, wo er neben süßen Tieren ist und sich so ein bisschen an den Nippel reibt und auch so I'm sorry, während der neben so ein Baby-Eisbär irgendwie niest oder so und sowohl dieser Martin irgendwas als auch dieses Video hat mich so krass daran erinnert, wie einfach einem tut mir leid. Ich wusste es ja nicht besser und das, also ich, wie du sagst, was ich halt so schüttelte. BP, da ging es um den BP-Eis-Eis. Ach so, stimmt, dann habe ich das, dann habe ich das, zumindest das Meme oder sowas, finde ich. Was ich auch so schüttelte, weil der, 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 der Grundsatz zu sagen, wir tragen das nach außen und wir kommunizieren das und auch mit der Reichweite gehen jetzt auf das Thema ein, das finde ich ja grundsätzlich auch gar nicht schlimm, wenn einfach nicht so unfassbar für mich durchschaubar wäre, was das Ziel ist. Es geht nicht darum, Leute auf dieses Thema aufmerksam machen, sondern es ist eine Image-Rettungskampagne. Das ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das von Burger King jetzt mitgekriegt hast, die haben jetzt dieses Net-Water-Trally-Ding gemacht, wo, wo, also das waren die, also das waren die echtesten Menschen, die daran zahlt, noch nicht je gesehen habe. das, wer es nicht gesehen hat, da geht es darum, dass Burger King quasi eine verschiedene, äh, was ist es, so eine Art Burger, Wopper-Flatrate, also je nachdem, wie schnell du deinen Burger haben willst, desto mehr machst du bezahlen. Desto mehr machst du bezahlen, ich glaube, dann der teuerste, wo es direkt ist, es kostet 25 Dollar und dann, damit wollen sie natürlich darauf aufmerksam machen und sich da reinsetzen dafür, dass die Netzneutralität wichtig ist und dass sie bestehen bleibt und dann denke ich mir auch bei Leuten, die das dann teilen, ja Leute, ihr macht aber auch nichts anderes als Werbung gerade für Burger King, die das nicht machen, weil die Netzneutralität so wichtig ist, sondern weil das ein heißes Thema ist und sie dadurch gerade sehr schön so eine PR-Kampagne fahren können. Ähm, ich, ich bin nur so, so, so frustriert, weil es natürlich funktioniert, diese Art, weil du siehst, und du hast ja schon gesagt, er hat jetzt mittlerweile 16 Millionen, wenn du dir irgendwie den Verlauf anguckst, also ich weiß es nicht, aber er hat mehr, er hat jetzt über 16 Millionen und du siehst auch, kannst tatsächlich nachvollziehen, wie an dem Tag, wo das Video nicht rausgekommen ist, sondern wo der Shitstorm aufgekommen ist, da ist, hat er statt, keine Ahnung, 30.000 oder 40.000, die er täglich an Abos gemacht hat, nur 13.000 gemacht oder sowas und seitdem ist das Ding wieder so am Aufsteigen und ich frage mich halt, das ist, das ist diesen Punkt, wo man, weil ich jetzt auch davon ausgehe, dass seiner Karriere das nicht geschadet haben wird, im großen Stil, sondern das, Ich glaube, seiner Karriere schon, seinen Einnahmen vielleicht nicht, seinen Einnahmen vielleicht nicht, aber zuerst, Also er wird jetzt weniger Filmangebote, weniger YouTube Red hat er, also dieser Kram, ich kann mir sehr wenige Firmen vorstellen, die sich mit ihm in Verbindung bringen wollen. Es kann natürlich auch sein, dass im halben Jahr einfach kein Schwein mehr drüber redet und dann ist es auch diesen Firmen egal, weil wenn er einfach pro Video so und so viele Millionen Klicks macht, dann ist das im Zweifelsfall dann auch der Firma egal. Es wird 2018 einen neuen Skandal geben, der genau in diese Breite Kärbe schlägt. Und das ist halt so eine Sache, wo, und da komme ich doch schließlich so ein bisschen in den Kreis, weil ich habe auch irgendwie 2017, wenn ich das so Revue passieren lasse, irgendwie das Gefühl gehabt, nicht, dass es irgendwie weitergeht. Wenn, weißt du, dass man so ein Gefühl hat, so die Menschheit und auch, keine Ahnung, Deutsche und auch YouTube oder sowas, da geht es irgendwie weiter, sondern ich habe so das Gefühl, dass schon so ordentliche Trippelschritte zurück machen, auch so was Klima, Rettung des Klimas angeht, Rettung des Klimas, was das war, aber so ein Klimawandel angeht. Das Klima muss. Irgendwie war das ein sehr frustrierender Moment, wo ich dann diesen Artikel gelesen habe und dachte, ah, so und so viele Millionen macht er und dann kam dieses Video raus und das war, eine Million hat er gespendet, sagt er unter dem Video. Ja, wenn er das sagt, wird es ja stimmen. Mein erster Gedanke war, nee, also es stimmt schon, dass er eine Million halt an, ich weiß, vielleicht an die Hortlein gespendet hat. Mein Gedanke war nicht, boah, ist das viel Geld. Mein Gedanke war, Alter, wie viel musst du dann verdienen? Dass er eine Million spendet. Und wenn ich dann halt höre, irgendwie 17 Millionen im Jahr, so, oh, krass. Also, weißt du, ich kann auch 1.000 Euro an irgendein Ding spenden und es ist dann genauso beeindruckend. Irgendwie ist, ja. Es war, ich weiß nicht, es war so sinnbildlich dann irgendwie für dieses Gesellschaftsding, aber auch das Verständnis, wir sind überhaupt nicht da, wo ich dachte, also das ist so ein bisschen naiv, aber ich denke, es muss doch irgendwann so einen Punkt einsetzen, wo auch diese Selbstwahrnehmung vielleicht eine andere ist. Aber es sind halt die Leute, die irgendwie damit aufmerksam und wenn du halt 13 Jahre bist, dann ist halt dieser coole Bro, der irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt und dessen T-Shirt so für 30 Dollar kaufen kannst und das du dann zu Weihnachten wünschst und dann kriegst du es und dann kannst du stolz damit in der Schule rumlaufen. Und dann kommt sowas, das reflektierst du ja halt nicht. Und dann sind halt, es schweißt wahrscheinlich dann auch eher zusammen, wenn dann irgendwelche Fremdmedien sagen oder wenn dann ein PewDiePie sich hinsetzt. Was ich übrigens auch sehr lustig fand, das PewDiePie, der ja auch wegen diverser Sachen letztes Jahr irgendwie in der Kritik stand, sich dann so herablassend dazu äußert. War auch interessant. Hat noch dieses, es schweißt wieder zusammengefühlt. Die anderen, die alle gegen uns sind, aber wir sind low gang for life. Kauf meinen Shit. Kauf meinen Merch. Ach PewDiePie, ne? Und H3, H3 und JonTron, die ganze Schose. Alle in den Sack. Was war bei H3, H3 Productions? Das waren die, was hatten die denn groß rausgehauen? Boah, die machen eigentlich, also alles, was die machen, ist mittlerweile echt groß. Ne, aber die haben doch letztes Jahr so eine riesen Aufmerksamkeit durch irgendwas, war es diese CSGO-Geschichte? Ja, das haben die mit, genau, mit öffentlich gemacht. Ja, also was da so ein Ding ist, ist halt, die sind halt befreundet mit JonTron. JonTron hat sich versehentlich als krasser White supremacist geoutet. Mehrfach. Und H3, H3 sind dann halt die, die sich immer über alles, alles ausführlich besprechen und bewerten und so, was irgendwie im YouTube-Umfeld passiert. Genau dazu haben sie dann zufälligerweise nichts gesagt und jetzt haben sie, machen sie, haben sie letztens erst mit dem wieder einen ewig langen Podcast gemacht und featuren den wieder und so. Und da denke ich mir halt so, boah, seid ihr so spineless Typen, ne? Das ist, wenn jetzt, also, das kann ich halt wirklich mit dem vollen Selbstbewusstsein sagen. Wenn jetzt Tom oder du plötzlich irgendwo auftreten würdet und sagen und plötzlich Nazi-Scheiß wollen euch geben, würdet, ich würde euch halt, also ich würde mich so hart von euch distanzieren, wie es geht. Auch bei Twitter nicht folgen mehr? Soweit würde ich nicht gehen. Aber ich würde euch halt hart fertig machen, so als Antwort darauf öffentlich. Und ich würde hoffen, dass ihr das gleiche bei mir macht. Weil, wenn ich halt Freunde habe, die nicht in der Lage sind, auch öffentlich sich von mir zu distanzieren, wenn ich ein dummes Arschloch bin, dann ist das irgendwie, dann sind diese Frauen, diese Freunde ein bisschen zu wenigstens Bein für mich. Das ist, oh, da habe ich, das triggert mich. Sowas triggert mich. Das war's. Okay, ich glaube mit das war's, Scheiße, ich habe doch so Bock. Ich habe noch so Bock gerade. Hast du noch so Bock? Ich habe noch so Bock. Machen wir noch weiter. Ja. Ich habe ein, zwei Fragen habe ich noch. So ist es nicht. Ja, machen wir rein. Ach komm, das hier, da können wir, oh, ich weiß nicht, haben wir nicht schon geredet? Ich rede nicht. Zeche prellen? Haben wir da schon mal über irgendwas geredet? Ich glaube nicht. Okay, pass auf. Hallo ihr zwei, schön wieder von euch in einem Podcast zu hören. In der Folge 83, aber ich nehme an, er macht 38, äh, mein 38. Habt ihr euch gefragt, ob man mit Matz-Methode eine Soundbar, äh, Soundbar bei Saturn und Oda Media Markt schicken kann? Was? Ich weiß nicht, ob du dich erinnernst. Das noch nicht mal war, ich hab, da klingelt überhaupt gar nichts. Entschuldigung, okay, pass auf, ich fasse kurz zusammen. Das weißt du noch? Ja, ich weiß das noch, ich habe die Soundbar, ich habe die Geschichte erzählt, ich habe die Soundbar. Ich habe mir eine Soundbar gekauft, äh, bei Saturn und, ähm, Gott, wie war denn das? War 38 nicht die letzte Folge? Ja, ja, das war die letzte Folge, aber die ist jetzt ja auch schon wieder drei Monate her. Ich kann mich null daran erinnern, dass wir jemandem über eine Soundbar gesprochen haben. Ach so, genau, pass auf, weil ich habe die Rechnung gekriegt von dem, von dem Typen, von dem Verkäufer, nicht an der Kasse, und der hat mir die Soundbar gegeben und gesagt, damit gehen sie jetzt zur Kasse und bezahlen. Ja. So, und ich dachte jetzt, sicher, dass das in diesem Podcast war? Ja, ja, so, und wenn ich dann bezahle und dann damit rausgehe mit dieser Rechnung und dann das nächste dann nochmal reingehe mit dieser Rechnung und dem, direkt danach und noch eine Soundbar nehme und dann rausgehe und dann fragt der Wachmann, äh, haben sie die bezahlt? Ja, dann kann die Kamera meine sagen, nee. Ja, so, das war meine Frage, ob man so nicht einfach im begrenzten Zeitraum ganz schnell irgendwie so... Boah, krass, wie ich dann noch nicht wieder gar nichts klingelte. Das war aber auch, jetzt sagen wir nicht wichtig, du hast ja auch nur begrenzt... Das stimmt, das ist, ja, ich lerne auch sehr viel jeden Tag. Also, hierzu Funfact. Vor fünf Jahren wollte, das bin ich wieder bei der, bei der Frage übrigens, ja, also ich lese nochmal von vorne vor. Hallo ihr zwei, schön wieder von euch in meinem Podcast-Fan. In Folge 38 habt ihr euch gefragt, ob man mit Matz-Methode eine Soundbar bei Saturn stellen kann. Hierzu ein Funfact. Vor fünf Jahren wollte ich mir eine Surround-Sound-Anlage bei Saturn kaufen. Äh, ich habe mir eine ausgesucht, habe aber nur eine Anzahlung dargelassen, da ich sie erst später mit einem Freund abholen wollte. Dabei habe ich die Anlage mitgenommen, ohne den Rest zu bezahlen. Natürlich aus Versehen, auch so bezeichnen. Ich habe aber eine Woche später einen Anruf von Saturn erhalten, die bemerkt haben, dass eine Rechnung offen ist und ich habe die im Nachhinein natürlich beglichen. Hierzu war die Frage, in welcher Situation würdet ihr die Zeche prellen? Das ist natürlich auch geschickt. Also, wann würdest du deine, deine offene Rechnung, wenn sich dann die Gelegenheit ergibt? Keiner, das würde mich mein Leben lang beschäftigen. Nicht, weil ich jetzt, also auch schon moralisch, aber vor allen Dingen, weil ich halt schiss hätte, dass das erwischt wird. Ich habe sowieso schon Angst, auf meine Finanzen zu gucken. Habe ich gestern mal erzählt. Einfach, einfach aus Prinzip auf mein Konto zu gucken, ist für mich immer ein kurzer Panikattacken-Moment. Einfach, weil ich, nicht weil irgendwas Schlimmes passiert, aber einfach, weil ich immer, weil ich so wenig Glauben an mich selbst habe, dass ich immer im Hinterkopf habe, wahrscheinlich habe ich letzten Mal irgendwas gemacht, was mich in die Pleite führt. Hast du eigentlich Angst, ich weiß, ich überlege gerade, ob das ein Fehler ist, dir das zu sagen, aber hast du eigentlich Angst vor einer Finanzprüfung, dass mal irgendwann das Finanzamt kommt und sagt, Herr Schweiger, sie sind ja nur seit dem und dem quasi selbstständig? Ne, ich habe ja eine Steuerberaterung zum Glück. Also, da habe ich schon das Bewusstsein oder die Hoffnung, dass, aber, weil es heißt, der Steuerberatung. Ich weiß, dass die, die haftet nicht, oder? Haftet die? Ne, ich glaube, es gibt irgendwas mit ganz grober Fahrlässer, aber wenn das Finanzamt kommt und sagt, Herr Schweiger, wir brauchen ihre Unterlagen, dann würdest du zu der Steuerberaterin gehen und sagen, ey, das Finanzamt hat sich gemeldet. Und wenn die dann sagt, ja, mach doch. Ich kenne sie nicht. Also, ne, also da mache ich mir keine Sorgen, weil ich halt so wenig verdiene, dass ich, selbst wenn ich da Strafen bezahlen müsste, das kann nicht so viel sein, ganz ehrlich. Aber, also, ne, da habe ich auch gar keine Sorgen, weil ich einfach, also ich wüsste nicht, wo irgendwo Probleme, ich reiche kaum was ein, was irgendwie am Ende abgezogen wird, meine Fahrkarten halt, aber das war's. Ich mache finanziell zu wenig, als dass da viel Potenzial bietet. Das ist voll geschickt eigentlich. Ja, das ist keine Absicht, ich würde gerne mehr machen, aber es ist halt schwierig. Aber ich habe gerade keine Lust. Nee, kein Geld. Ach so, ja gut. Aber, okay, okay, okay. Ne, also, ich habe wenig Potenzial für Betrug daran, es scheitert am Potenzial. Wenn ich mehr hätte, mit dem ich betrügen könnte, würde ich es vielleicht versuchen. Also, überhaupt ein schönes, schönes, schönes Visitenkartenspruch. Es scheitert am Potenzial. Bei mir scheitert das meiste am Potenzial. Das ist grundsätzlich in meinem Leben so. Und bei dir, Somas? Wie kommst du auf die Frage? Nun, äh, nee, ich, also, wie gesagt, wir haben vorhin schon festgestellt, dass meine, meine Geschichten, was Risikobereitschaft angeht, ja schon im Straßenverkehr aufhören. Ähm, deswegen, meine kriminelle Energie, ja, beschränkt sich, glaube ich, auf nachts duschen. Hm. So? Ja, ja. Aber auch nur, weil ich mir nie Gedanken habe. Aber das ist schon krass, ne? Nachts duschen. Ja, also jetzt nicht permanent, aber wenn ich, also ich habe ja auch einen Job nach Hause. Ja, ich wohne ja nicht in der WG. Aber das ist eine Freundin, die dann schläft vielleicht. Ja, aber die kriegt nicht mit, also ich singe jetzt nicht laut dabei oder so. Aber es ist ja, du darfst nach einer Hausordnung. Aber stell mal vor, die muss auf die Toilette. Du hast ja, ja, das ist ja. Und dann bemerkt, aber dann musst du erklären, warum du nachs Duschen warst. Das ist doch schon eine komische Situation. Ich dusche ja nicht, ich stehe, ich stelle mir ja nicht den Wecker auf 3 Uhr nachts und stehe dann auf, weil ich gerne um diese Uhrzeit dusche, sondern wenn ich irgendwie vom Job nach Hause komme und dann. Ich dachte, und dann, aber ich denke ja so nach der Hausordnung darfst du halt zwischen 6 und 22 Uhr, nee, andersrum zwischen 22 und 6, wäre ein bisschen krass. Da darfst du nicht duschen? Nach Hausordnung ist halt, eigentlich darfst du nicht duschen. Das habe ich nie unterschrieben. Du darfst auch nicht staubsaugen oder sowas. Oder du musst halt Zimmer rausstecken. Achso, aber duschst du doch nicht laut. Staubsaugen ist ja laut. Nee, das ist genauso wie Toilettenschwülung. Die höre ich zum Beispiel, wenn irgendwie bei mir im Haus, weil wir ganz unten wohnen, dass das Pfeil, das höre ich schon. Und wenn jetzt einer da richtig krass duscht oder sich die Badewanne so voll aufdreht, das hörst du schon, weil das sind ja Bassfrequenzen, die gehen ja durch. Meine Badewanne haben nur ganz kleine Boxen. Ja, wieso? Hast du überhaupt eine Badewanne? Ja, ja, wir haben nur eine Badewanne. Unsere Dusche ist eine Badewanne, wie es halt immer so ist. Aber mit so einem Duschfangen? Ja, natürlich. Ja, weißt du, keine Ahnung. Ich kenne ja, ich kenne dich ja. Ich lege mich immer in die Wanne und dann ist direkt über mir so ein Duschkorb, auf den ich einfach auf mich, dann leg ich mich da so rein. Nach 30 Sekunden drehe ich mich auf den Bauch und dann gehe ich rauf an. Ich rede mit einem Typen, der vor ein paar Jahren mir erzählt hat, dass er seine Vorhänge, das waren Decken mit Tesafilmen, an die Wand geklebt hat. Das habe ich jetzt gerade erst jemandem erzählt. Ich erzähle diese Geschichte zu früh Menschen. Ist mir, glaube ich, auch aufgefallen. Ich lerne Menschen kennen mit jedem Hintergrund und eine frühe Geschichte, die ich gerne erzähle, ist die, weil ich mir so denke, ey, es ist halt auch, was soll ich, das beschreibt mich so gut. Es beschreibt mich wunderbar, diese Geschichte. Ja. Was soll ich so tun, als wäre ich, als soll ich was anderes wäre. Irgendwann kommt halt eh raus. Lieber am Anfang schocken und dann direkt, ne, so. So bin ich halt. Ja, ist ja auch gar kein Vorwurf. Ja, schon ein bisschen. Ja, nee, es ist ja eine Art von Ehrlichkeit, die dir halt zum Verhängnis wird im Zweifelsfall. Ja. Mit Menschen, die sagen, oh, das ist ja komisch. Pass auf, nee, nee, das Problem ist ja gar nicht, dass du das erzählst. Das Problem ist ja, dass man das normalerweise erst nicht erzählt. So. So. Und wenn mir das jemand erzählt, gehe ich davon aus, das ist die Spitze des Eisbergs. Und dann muss man, dann muss man drüber nachdenken. Und ich trage Wind und gehe nicht auf Toilette, aber ansonsten bin ich normal. Ich gehe nur einmal im Monat auf Toilette und ich trage immer diesen Einmalwind. Ja, ich weiß ja, was du weißt. So, weißt du, dass man denkt, oder du denkst halt, oh, was kommt denn noch? Ja, es ist halt lustig gemeint, obwohl das finde ich schon wieder interessant. Bei mir an der Wand sind ja die Tapete da ab, weil das da, Achso, weil du den abgezogen hast. Genau, den Klebestreifen abgezogen ist die Tapete ja weg, deswegen, ich habe immer die Beweise, die ich dann zeigen kann. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo wir waren. Ja, nee, wir waren bei krimineller Energie, also Zecheprellen oder sowas. Aus Versehen habe ich, glaube ich, irgendwo mal. Ja, das ist ja kein Zecheprellen, das ist einfach Ungeschicktheit. Ja, nee, aber mit Absicht, wie gesagt, das kriege ich nicht hin. Weißt du, was aber auch die Sache ist? Ja. Wenn du irgendwie Zecheprellst oder irgendwas klaust, das ist ja immer, um finanziell besser dazustehen als andersrum. Manchmal ist auch Bequemlichkeit. Ist das so? Na, keine Ahnung, wenn du sagst, ich müsste jetzt nochmal zur Bank Geld holen, mache ich nicht, weil dann brauche ich nicht zur Bank gehen, ich gehe jetzt einfach. Ja, aber guck mal, das ist genau der Punkt. Diese Bequemlichkeit, die du gewinnst, dann nicht zur Bank gehen zu müssen, wird doch komplett davon, also davon aufgewogen, dass du dir dann den Kopf machen musst, wenn du da mal vorbeigehst oder wenn du da nochmal hingehst, dass du irgendwie erwischt wirst. Das ist doch mega unbequem. Aber da muss man das so einer nachweisen. Also mal, gerne. Ja, genau, aber ich würde mir, also da bin ich so, dass ich mir dann immer den Kopf machen würde, was ist, wenn die eine Kamera haben, was ist, wenn die Hooked-Fans sind, wie das ja die meisten Leute sind in Deutschland. Das wäre halt ein Problem. Weil nichts, was kriminell mir finanzielle Vorteile bringen würde, würde den Aufwand und die Sorgen, die ich mir deswegen machen würde, deswegen würde ich auch niemals Geld investieren in irgendwelche Aktien oder so. Da kann ich vielleicht reichen. Da könnte ich vielleicht reich mit werden. Aber alleine der Gedanke, dass ich gerade 3.000 Euro irgendwo liegen habe und ich die vielleicht irgendwann nicht mehr habe, das würde mich, also das ist, ich will gar nicht, ich will an den Scheiß nicht denken müssen. Mein Geld soll irgendwo liegen und da sein und mehr will ich nicht wissen. Ich möchte nicht an finanzielles Denken müssen. Das soll nicht in meinem, deswegen bezahle ich auch gerne 7.000 Euro für eine Steuerberaterin, damit die mir drei Striche macht, weil ist alles okay. Einfach nur, damit ich selbst nicht darüber nachdenken muss. Ich bin ja schon glücklich, wenn die Steuerberaterin irgendwie hindreht, dass das, was ich der Steuerberaterin bezahle, irgendwie wieder rauskriege. So halt. Ja, Achtung. Ja. Du weißt davon. Ich habe dir gerade davon erzählt. Ich möchte es unseren zu, also im Aufnahme von Time to 3. Time to 3 ist ein erfolgreicher Seitenkanal von Hooked, wo wir Spiele, Spiele spielen. Aber da läuft noch irgendwas dabei. Ist sehr lustig. Manchmal. Da habe ich dir schon davon erzählt. Ich habe die letzten Jahre für die katholische Kirche Geld bezahlt, obwohl ich denen bereits ausgetreten bin, dem Sauverein. Seit Jahren. Und die ziehen mich ab. Die Schweine von der katholischen Kirche. Die gierigen alten Säcke von der katholischen Kirche ziehen mir fünf, setz dich hin und schneide dich an. 25 Euro. Im Jahr? Im Jahr. Über welchen Zeitraum? Ab. Jetzt seit vier Jahren, glaube ich, bin ich denen ausgetreten. Das sind 200 Euro. Das war es ja mit Absicht gemacht. Ja, klar. Die, die mir abgeziehen. Das ist da, als ob das unabsichtlich war. Und pass auf, pass auf, pass auf, lieber Mats. Es war es doch nicht. Dann sage ich meiner Steuerberatung, hör mal, hier, Vorname, den ich jetzt nicht weitergeben will. Ich bin noch gar nicht mehr bei der Kirche. Und übrigens deswegen nicht. Dann habe ich erst mal so einen Aufsatz geschrieben, mit so, was ich gegen Jesus habe. Und da hat sie gesagt, das ist alles richtig. Zwei Seiten E-Mail. Aber davon weiß das Finanzamt nicht. Gebt denen mal Nachweis. Wo soll ich denn einen Nachweis her haben? Ich bin vor vier Jahren, was weiß ich, aus der fucking Kirche ausgetreten. und vielleicht habe ich da einen Zettel bekommen. Woher soll ich das wissen? Als ob ich vier Jahre lang den Austrittsbeweis von der fucking, weißt du, was ich noch habe? Ich habe den Brief vom Pastor meines Heimatdorfes, der mir danach ohne Scheiß einen Brief geschickt hat, wo er mir erzählt hat, dass ich in die Hölle komme. Das ist kein Scherz. Kannst du den mal mitbringen? Ich gucke mal, dass ich ihn in meinem Schrank finde. Nicht irgendwo rum. Da ist selbst school. Übrigens, sie können vielleicht nicht mehr auf den Friedhof und sie kommen in die Hölle. Ich so, ihr Penisse. Weißt du, und dann soll ich jetzt noch den Beweis, ich musste doch ins fucking Amt. Wie kann das Amt den Beweis, guck mal, das ist das Kirchenamt oder was auch immer für ein Scheißamt. Wieso können die nicht dem Finanzamt einfach diesen Scheißzettel geben, den die doch offensichtlich haben? Wieso muss ich mich jetzt um diesen Dreck kümmern? Nur weil die das nicht gebacken bekommen. Weg mal AfD. Du Vollidiot! Lass das! Um diese Polemik auch vernünftig abzuschließen. Jetzt habe ich ganz vergessen, was ich gerade entgegenbringen wollte. Ah! Kali ja von hinten rum. Gibt es eigentlich welche Leute, die sich beschweren, wenn man zu laut ist? Hier? Ja, bestimmt. Entschuldigung! Nee, ich glaube, das hören die nicht. So laut war es jetzt. Entschuldigung, da habe ich wirklich seit vier Jahren... Du schwitzt auch ein bisschen. Meinst du, ich kriege das Geld zurück? Nee, natürlich nicht. Wenn die mir das... Das war ein deren Fehler. Ich habe mich da abgemeldet. Ich habe in diesem verfickten Amt gewartet, um mich aus der verfickten Kirche abzumelden. Ich wollte denen einen Brief schicken. Nee, da müssten sie persönlich wobei kommen und motherfucking Geld bezahlen. Das habe ich gemacht und dann bezahle ich das Geld, damit ich kein fucking Geld mehr bezahlen muss und dann heben die das weiter ab. Diese Ficker! Das ist das Schlimmste, was die katholische Kirche je gemacht hat. Die kostet 100 Euro an den Sackverein. Ich wollte nur, also weil... Das Ding ist, die Steuerberater hat ja eigentlich schon die Problematik auf dem Punkt. Der Entschuld ist das nicht. Das sage ich hier nicht. Hast du eine Bestätigung, dass die diesen Brief bekommen haben? Ja, was weiß denn ich? Hast du es für Einschreiben geschickt? Nee, ich war ja da von Hand. Das geht ja. Das ist doch mit dem Punkt. Du hast zu einem fucking Amt persönlich gehen musst und warten musst. Aber hast du nicht gesagt, gibt es eine Bestätigung? Das weiß, das ist vier Jahre her. Na ja, aber das ist so, als wenn du einen Brief irgendwo hinschickst und der kommt da nicht an oder dann heißt es, keine Ahnung, du möchtest einen Vertrag kündigen. Steht ja nicht ohne Grund, dass er das per Einschreiben am besten schickt. Das ist aber die Kirche und kein fucking Vertrag. Ja doch. Das ist eine Glaubensgemeinschaft. Ja, aber auch da rein rechtlich musst du leider beweisen, dass du da ausgetreten bist. Aber du kannst dich doch mal bei dem Amt melden. Ich habe mich schon so über diesen fucking Aufwand aufgeregt, den ich dafür eingehen musste, dass ich überhaupt irgendwo hingehen muss, dass ich jetzt auch noch aktiv das beweisen muss. Ja, als ob ich da irgendwas Kriminelles gemacht habe. So beweisen sie das. Fick dich, Beweis das. Such dich scheiße raus bei dem verfickten Kirchenamt. Das regt mich so übel auf. Was ist denn jetzt, wenn ich das nicht finde? Bin ich dann doch in der Kirche? Was ist denn? Bist du eigentlich jetzt nochmal ausgetreten? Weil vielleicht bist du gar nicht ausgetreten. Ja wirklich? Was ist denn jetzt, wenn ich das nicht finde? Sagen die einfach doch, die waren katholisch? Nee, die sagen, sie sind katholisch. Sie sind ja gar nicht ausgetreten. Du hast doch Küchensteuer bezahlt. Du bist doch jetzt noch, also bist doch noch drin in der Kirche. Jetzt würde ich jetzt richtig schön zum Friedhof gehen und das nochmal ausnutzen. Oh Gott. Oh, ich bin voll, oh, ich raste aus. Nee, du bist tatsächlich nur drin, würde ich mal sagen, wenn du noch Geld abhimmst. Nee, ich habe ja, also ich habe mich da wirklich vor Ort abgemeldet und noch was unterschrieben und die Frau hat gesagt, okay. Dann sind sie exkommuniziert oder wie heißt das? Ja, ich hoffe irgendwie sowas, das weiß ich nicht. Die sind jetzt evangelisch oder wie immer das funktioniert. Also, ja, aber wenn du... Stell mal, also ey, wenn es rauskommt, dass ich noch in der fucking Kirche bin, dann muss da mal was brennen. Dann brennt ein Kreuz in Berlin. Kirche ist doch in der Nähe. So entstehen wieder Dinge und dann heißt es... Also wirklich? Rommenschweiger hat eine Kirche abgezogen. Aber nicht. Sondern weil die vier Jahre lang und vielleicht die Kirche abgezogen hat. Oh, so Romm, der sitzt im Gefängnis. So, Romm, das ging mir um das Prinzip, ne? Ich denke nur gerade, wenn du irgendwie voll zum Hardcore-Nazi, was auch immer hochstilisiert wirst. Ach so. Das ging nur um die Kirchensteuer. Kommst du raus, ich bin von dem Kult aufgebaut. Islamistischer Theorist, Robin Schweiger. So, nee, Alter, das waren 200 Euro. Nee, das waren heute 100 Euro nur. Ach so. Ja, so schnell kann es gehen. Und so wirst du vielleicht aus Versehen zu Massen. Ey, jetzt bin ich echt ehrlich am Überlegen, ob ich, ob ich kann... Das gibt mir gerade wirklich irgendein Gefühl. Das gibt mir gerade ein aktives Gefühl, dass ich gerade mir nicht mehr sicher bin, ob ich noch katholisch bin, versehentlich. Ob du nicht noch... Versehentlich katholisch. Du bist immer noch... Naja, also... Aber ich meine, du kannst das ja... Ach nee, kannst du nicht mehr, ne? Nicht widerrufen, denn... Nee, du musst ja die... Die Einzugsermächtigung musst du widerrufen. Vielleicht stand das doch irgendwo in dem, was du unterschrieben hast. Was muss ich widerrufen? Na, die haben ja eine Einzugsermächtigung, oder nicht? Sonst würden sie ja kein Geld von deinem Konto einziehen. Ja, wahrscheinlich, wa? Aber ich hab... Also ich meine nur, ich weiß ja nicht, wie das ist, ob man... Nein, nein, ich hab ja schon... Also ich kann das nicht einfach so widerrufen. Ich hab da in meiner Steuerberatung geschrieben und die sagte, ja, dann musst du mal... Nee, aber du müsstest... Also du kannst ja schriftlich... Also nicht, dass das jetzt so weitergeht. Kann ich zur Bank einfach gehen und denen sagen, ich möchte die katholische Kirche aus meiner Bank raushauen. Ja, ich möchte die Kirche... Also du kannst... Wenn die katholische Kirche kommt, lassen sie sie nicht rein. Ja, ich möchte sie nicht in meinem Konto haben. Wenn die hier stehen, geben sie ihnen kein Geld mehr. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Das... Ich hab mich von einem fucking Priester anmachen lassen, dumm. Du kommst auch in die Hölle. Und ich bezahle immer noch 100 Euro. Hör mal, für 100 Euro will ich aber nicht in die Hölle kommen. Jetzt mal ganz ehrlich. Wenn ich dann noch jetzt gerade... Wenn ich jetzt gerade noch katholik bin, dann will ich aber auch bitte dafür... Na ja, rein rechtlich. Wenn du jetzt sterben würdest und würdest in die Hölle kommen, ja... Könntest du sicherlich darauf berufen, dass du ja eine Leistung bezahlt hast. Oh, ey, allein der Gedanke, dass ich diesem homophoben Kack für 100 Euro gegeben hab, ne? Das macht mich so piss. Das macht... Das ist einfach so, als ob ich so versehentlich erfahre. Oh, ich war versehentlich FDP-Mitglieder in den letzten 20 Jahren. Hier, ähnliche Geschichte. Ich habe letztens bei einem Sandwich-Macher-Verein hab ich mir einen Sandwich geholt oder anderem. Es gibt keinen anderen in Deutschland. Aber mir... Du entmystifizierst immer alles. Ich versuche, irgendeine Question-Mark-Box aufzumachen, wo die Leute dann da sitzen. Ah, was könnt ihr wohl meinen? Ein Sandwich-Laden. Also ich hab mir bei Subways ein Sandwich geholt und wollte da so Kekse mitnehmen, weil ich dachte, nimmst du mir mal einen Keks und dann geh ich zurück hier ins Büro, so fünf bis zehn Minuten, Fußmarsch, und pack das Sandwich aus, was nicht drin, die Kekse. Ich bin davon ausgegangen, der hat mir die da reingepackt. Haben die natürlich die 2,80 Euro oder was mir die drei Kekse da gekostet, haben sie jetzt behalten. Ja. Jetzt stell dir mal vor, das ist zehnmal so viel und die Kekse werden homophob gewesen. Genau. Und ich stelle jetzt aus, dass das in Wahrheit zünden die Kirchen hauptberuflich irgendwie heimlich hinten rum. Oder noch schlimmer, die bauen Kirchen. Dem Sandwich gilt, bauen wir Kirchen in Ländern, die keine Kirchen aus eigenen Geldern zahlen können. Oh wow, das ist krass. Aber eigentlich könntest du, also ich weiß nicht, vor Gericht, ich mein, du musst halt nachweisen, dass du dann ausgeschrieben bist. Du bist erstmal eine Beweispflicht. Und da müsstest du, aber kannst du theoretisch ja bestimmt bei diesem Amt, wo du warst, ich wusste überhaupt nicht, dass es da so ein Amt gibt, weil ich bin schlau gewesen, ich war nie drin. Ist auch nicht das Kirchenamt, ist irgendein anderes Scheißamt, und sagen, Entschuldigung, ich war hier. Wann war das mit dem Theodor van Elbst oder Ebst oder sowas? Weißt du noch, dieser Typ, der so viel Geld mit seiner, der sich so dick gebaut hat, das war im gleichen Jahr. Meinst du, dass deine 100 Euro da auch in so einer Marmobank verschwunden sind? Nee, ich will gerade nur deswegen überlegen, wann das war, weil das war in dem Jahr, wo ich so gedacht habe, okay, jetzt sollst du mal machen. Klingt jetzt irgendwie so, als wären es 2012 oder so. Ich weiß nicht, das war 2012, 13, irgendwie sowas. Ich weiß nicht, aber da können sie es ja rausreden. Guck mal, ich hab gerade, ey, ohne Witz, ich hab gerade erklärt, ich hab wirklich vor fucking 10 Minuten erklärt, mir ist, für Geld würde ich nicht meine Bequemlichkeit aufgeben. Jetzt sitze ich hier und muss für Geld meine fucking Bequemlichkeit. Also ich kann entweder sagen, ich bleib meinem Prinzipien treu und stehe auf die 100 Euro, hab dafür ein schöneres Leben, aber gleichzeitig würde ich dann homophobe Kackeärsche unterstützen. Das ist so fies Choice, ne? Es ist wirklich etwas für Situationen, die Kirche in mich gerade bringt. Zähl mir einen Menschen auf der Welt auf, der jemals so schlecht behandelt wurde von der Kirche. Es ist wirklich... Mann, ey. Wählt die Galaxie. Ey, wenn es... Oh. Ich fühle mich gerade so wie Jesus für die Katholiken, das bin ich gerade für die Nichtgläubigen. Ich muss mich gerade opfern für die Nichtgläubigen einfach. Das ist... Dass du mir gerade in den Kopf gepflanzt hast, dass ich noch versehlich Katholik sein kann, macht mich... Das bringt mein ganzes Selbstbild gerade ins Wanken. Ich möchte an dieser Stelle nur darauf hinweisen, dass wir diese Folge auch bei YouTube haben, wenn nichts irgendwie kolossal schiefgelaufen ist. Ich möchte nur dieses Bild von Robin Schweiger, der von einem gestärkten Selbstwundgefühl sich in eine... Ich unterstütze mit 100 Euro homophobe Religionsgemeinschaften in Deutschland. Das war visuell sehr schön zu sehen. Ey, und wenn ihr selbst Katholiken seid, ich hab also, ey, macht ruhig, aber ihr unterstützt halt homophobe Kackärsche. So, also ich mach... Ich verurteile euch nicht. Aber du ja auch finanziell. Muss halt... Ah! Gott sei Dank. Ich sag's ja nur. Aber muss halt jeder für sich wissen, ne? Ja. Du weißt es ja für dich, aber du warst... Also offensichtlich hast du irgendwas falsch gemacht. So einfach ist das nicht. Heißen die Evangelika? Die Evangeliken? Ey, ich bin... Ich hab mir... Ich bin wirklich... Warst du mal? Nee, nie. Meine Eltern haben immer gesagt, lass dir das Kind da selber entscheiden. Dafür hast du aber auch nie Geld in deiner Kommunion bekommen, ne? Das ist richtig. Das ist jetzt die Frage, ob das finanziell sich mit dem aufwiegt, was du jetzt über Jahre bezahlt hast. Nee, das war irgendwie 1000 Mark oder so. Das ist... Ey, ich hab nix gekriegt von mir. Das war echt viel. Also das hat... Dafür hat es sich halt wirklich gelohnt. Einfach viel Gier. Ja. Um meine eigene Gier zu... Ach, beschreib... Also das ist doch wirklich eine tolle Zusammenfassung für die katholische Kirche. Als das meine eigene Gier befriedigt hat, fand ich es halt gut. Aber danach hätte ich halt direkt austreten sollen einfach. Weißt du, bei zwölf Jahren oder sowas, wie alt ich war. Wie waren das so Kommunionen mit zehn, was weiß ich, bis relativ jung, dann irgendwie 1000 Mark zu bekommen, das war so, wow, krass. Und dann hätte ich einfach sofort austreten sollen. Weißt du, einfach so... In der gleichen Nacht... Das ist so wie, ich hab jetzt tatsächlich das allererste Mal im Leben einen Handyvertrag abgeschlossen. Oh, hab ich auch noch nie gemacht. Weil ich ein neues Handy brauchte und ich wollte jetzt irgendwie keine 600, 800 Euro für ein Handy ausgeben, wo ich denke, das wird die nächsten ein paar Jahre halten. Und da ist ja auch der Trick, dass du dir einen günstigen Vertrag suchst, wo du tatsächlich wahnsinnig zufrieden bist, alles super. Aber der verlängert sich halt automatisch, wenn ich nicht in zwei Jahren, also drei Monate vor den zwei Jahren, den kündige. Und da dachte ich schon, in dem Moment, wenn ich jetzt einfach schon kündige, dann sage ich, hiermit kündige ich zum bla 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 und reicht das ein. Ich weiß ja nicht, ob das rein vom Ding her geht. Aber ich weiß, das ist genau dieser Fall, in dem Moment, wo ich das, den ich mehr nutze, weil ich sehe mich auch aus Bequemigkeit da sitzen und dann verlängert sich der Vertrag und wird dann tatsächlich auch nochmal deutlich teurer. Und dann werde ich mich nachträglich ärgern, dass ich das nicht damals schon gemacht habe. Und ich ärgere mich jetzt schon, dass ich mich darüber ärgern würde, aber ich sehe auch nicht an, dass ich mich jetzt darüber kümmern soll, weil das ist erst in zwei Jahren. Kann ich voll nachvollziehen. Dadurch ist mir jetzt aufgefallen, eingefallen, der Vergleich mit den Handy-Theorie-Verträgen. Meinst du, gibt es einfach günstige Religionen? Kann man auch irgendwie seine Religion dann ein bisschen nach Preis sortieren? Meinst du, evangelisch zu sein, ist ein bisschen günstiger als katholisch, weil du halt weniger schlimme Sachen, also ich habe das Gefühl, die Evangeliken sind ja so ein bisschen wie die Katholiken, nur nicht ganz so viel in allem. Aber dann macht doch Buddhismus oder sowas. Das sind ein bisschen die Studenten der Religion, die Evangeliken. Die wollen dann schon dabei sein, aber auch nicht so richtig anstrengend. Dann bist du evangelisch. Aber Buddhismus, die chillen einfach viel. Ist das deren Religion, oder? Das ist viel, 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 wiedergeburt. Nee, nee, du musst ja aber auch was tun dafür. Du musst ja auch deinen Karma und du musst dich ja auch selber reinigen. Ja, das ist kein Problem. Ich mache wahnsinnig viel Karma. Naja, es ist ja, wenn du wiedergeboren werden willst und nicht als wo. Nee, das ist nix. Ja, das meine ich. Nee, das ist nix. Es ist halt nix für kurze Sicht. Also da musst du schon ein bisschen weiter. Du wirst ja nachher als Amerikaner wiedergeboren oder so. Ist ja auch nix. Oder als Katholik. Ja, ich weiß nicht, ob sie da so unterscheiden. Oh, du bist schon mal vor, du bist buddhistisch und wirst dann versinnlich in andere Religionen reingeboren. Meinst du, du warst schon mal weiter oben und bist dann runtergerutscht jetzt? Nee, nee, aber einfach konzeptuell finde ich, katholische Familie geboren und bist dann halt dementsprechend auch erst mal Katholik zumindest, die ersten Jahre deines Lebens. Da würde ich einfach mal gerne einen Buddhisten und einen Katholiken zusammensetzen. Aber da wird doch für dich dann Küchenstall bezahlt. Oder nicht? Ja, ja, aber ich würde einfach gerne den Katholiken und den Buddhisten zusammensetzen, damit die das ein bisschen ausdiskutieren können. Wir haben viel geschaffen in dieser Folge. Wir haben eine galaxieübergreifende Partei gegründet. Wir hätten aufhören sollen. Die, wann? Als du gefragt hast. Ob wir aufhören sollen? Nö, das war es wert. Das war schon wert. Jetzt habe ich all das erfahren. Was ich nie wissen wollte. Ich hätte einfach... Du hast eine Sache erfahren und zwar, dass es durchaus eine Möglichkeit gibt, dass du immer noch nicht ausgetreten bist. Ja, das hast du in meinen Kopf gepflanzt. Ja, dann musst du da mal nachfragen. Aber guck mal jetzt... Ja, heute Abend. Mein Abend wird folgendermaßen aussehen. Ich habe nämlich schon gestern. Ich habe gestern schon meine Ordner durchgeguckt, ob ich diese Austrittsbescheinigung was brauche, ob ich die habe. Habe ich in meinem ersten Durchgucken nicht gefunden. Da dachte ich mir, ja, komm. Und jetzt muss ich heute Abend dieses ganzen verfickten Ordner alle nochmal einzeln durchgehen. Warum muss ich eins eigentlich machen? Wieso kann ich irgendeinen Küchen... Ich habe mich doch abgemeldet. Ist doch nicht meine Schuld. Wieso kann jetzt nicht irgendein fucking von den Beamten mal vorbeikommen oder irgendein Priester und einfach mal meine Akten durchsuchen und der soll die Scheiße finden. Wieso muss ich mich jetzt um die... Ich will mich... Ich will mich nicht um die Scheiße jetzt kümmern. Es ist nicht mein Fehler. Es ist nicht mein Fehler. Ich war vier Jahre lang Beamter. Ich weiß, wenn Beamte Fehler machen, da hat ein Beamter Fehler gemacht. Und weißt du was, lieber Marz? Weißt du was, weißt du was, Marz? Hör mir mal zu. Wenn ich als Beamter Fehler gemacht habe, weißt du, bin ich ausgebaut. Dann habe ich. Ich habe mich darum gekümmert. Ich habe teilweise fucking Stunden in dem verfickten Archiv des Rathauses der Stadt Krefeld verbracht auf der Suche nach Patientenakten. Oder das waren Patienten, weil ich mich schwer bin. Das ist eine andere Geschichte. Habe ich teilweise Stunden nachgesucht, weil irgendwelche anderen Trottel, die da verloren haben. Ich habe da Stunden gesessen und die Scheiße sucht. Glaubst du es? Ich habe gesagt, ja nö, gucken Sie mal, ob Sie die finden. Hätte ich auch machen können. Fragen Sie mal Ihren Arzt. Gucken Sie mal nach, ob Sie irgendwo Ihre Patientenakten haben. Wir müssten die haben, aber äh. Okay. Ich wollte ja nur darauf hinaus. Übrigens, es ist nicht unsere Schuld. Auch das ist ein Slogan, ein Wahlpunkt könnte man so sagen. Die katholische Kirche ist schuld. Die Galaxie. Wir sind Galaxie. Aber es ist nicht unsere Schuld. Also wir haben festgestellt, also was haben wir alles gelöst. Ich weiß sehr wenig heute. Entschuldigung. Wir haben natürlich jetzt neue Probleme geschaffen, für dich persönlich. Aber vielleicht ist jetzt wieder der eine oder andere, der gerade mit dem Gedanken spielt, auszutreten. Das ist in dem Sinne ein Service-Hinweis. Leute, hebt die Bescheidigung auf, widerruft, das Einzugsrecht. Ja, lehnt euch irgendwie auf, während ihr da seid. Macht irgendwie Videomaterial, stellt es auf YouTube, beweist es, lasst euch ein Fotobild von der Beamtin geben, damit ihr die Bestätigung habt. das haben wir gelernt. Gebt am besten in jeder Kirche, in der in eurer Umgebung eine Ausrissbescheinigung ab. Alles. Vielleicht habt ihr auch einen Feuerzeug zufällig dabei. Oder falls jemand... Das ist ein Witz, mein Gott. Ich habe das Gefühl, wir müssen in dieser Folge öfter erwähnen, dass bestimmte Dinge bitte nicht umzusetzen sind. Ja, ihr sollt keine Kirchen abrennen. Hat der wirklich... Nein. Okay. Mein Onkel ist schrenggläubiger Katsulik, ja, bei dem bin ich jedes Weihnachten und hab viel Spaß mit dem. Das geht schon alles. Stellt euch mal nicht so an. Mein Nachbar... Das ist der andere Wahl. Stellt euch mal nicht so an. Arme, ein Doppelpunkt. Stellt euch mal nicht so an. Es hat mir ehrlich gesagt Spaß gemacht. Das war eine lange Folge, glaube ich. Ich glaube, wir sind zwei Stunden... Mach mal zwei Teile draus. Wir sind tatsächlich über zwei Stunden gegangen. Ich brauche ein bisschen... Ich brauche 100 Euro. Neues Stretch-Goal. Übrigens sind es nicht 1000, sondern 1100. Also, ich fasse nochmal zusammen. Die Ratsherren, es macht uns sehr, sehr viel Spaß. Wir würden es gerne regelmäßiger machen, aber... Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Doch, immer noch. Also ich zumindest, das kriegen wir schon irgendwie hin. Es fallen hier Kosten an, die würden wir gerne ausgleichen. Deswegen freuen wir uns sehr, sehr gerne. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, das könnt ihr tun über die Patreon-Kampagne der Super-Cosburg, wo eben die Ratsherren ab jetzt auch läuft. Das heißt, wenn ihr das ganz überhuckt, über manuellen RSS-Feed irgendwie abonniert habt, das müsst ihr manuell ändern. Wenn ihr es über iTunes und was auch immer hört, dann müsst ihr nichts machen, da hat sich schon alles geändert. Das freut uns dann entsprechend sehr. Uns freut auch, wenn ihr uns weiterhin mit Fragen oder Geschichtchen oder was auch immer bombardiert. Möglicherweise auch ein lösungsfähiger Robin auch in einer verzwickten Lage jetzt herausgekommen. Falls ihr bei einer Austrittsbescheinigung vorum fliegen habt. Falls ihr das wart, bei der ich mich... Oder falls ihr bei Robin suchen wollt. Auch da bieten wir tatsächlich günstige Tarif an. Schickt uns gerne alles Mögliche. Am einfachsten ist, ihr guckt einfach bei superkurtburg.de slash diratsherr vorbei. Da sind alle Informationen, alle Kontaktinformationen. Ansonsten sage ich auch sehr gerne eine Mail an diratsherrn at gmail.com über Twitter at diratsherrn oder ask.fn slash diratsherrn. Da könnt ihr uns kontaktieren und uns eure geschickten Geschichten schicken. Wie gesagt, gerne dazu schreiben, ob ihr anonym bleiben wollt oder nicht. Alter, du hast das sogar getackert. Ich hab das sogar getackert. Was ist denn da los? Und vor allen Dingen, ich hab's auch nummeriert. Du hast das vor allen Dingen auch formatiert und so. Hast du das nur gemacht, weil du vor der Kamera bist? Nee, weil ich... Das hab ich ja noch nie gemacht. ...der Professionalisierung meiner Arbeitsweisen hab ich mir gedacht, es ist an der Zeit auch mal mit Seitennummerierung und so. Was? Ich ziehe das immer in meinen Google Drive und dann übernehme ich mein Tablet mit. Ja, ja, genau. Deswegen brauchen wir tausend Euro, damit Robin das nicht mehr machen muss. Nein. Das war's. Ende. Aus. Robin ist auch fertig. Es tut mir leid, dass ich dein Weltbild ein bisschen... Aber ich finde, es ist auch ein schönes passiert. Es gäbe ein Problem, wenn sich die deutsche Bevölkerung als Ganzes dafür einsetzt, dass die katholische Kirche abgeschafft wird. Volksentscheidend. Dann muss ich mich als Einzelperson nicht mehr darum kümmern. Weißt du? Also ich könnte halt bestimmt was daran machen, aber es wäre halt echt Akten durchgucken oder anrufen. Deswegen, falls ihr irgendwie einen kleinen Protestzug organisieren möchtet gegen die katholische Kirche, wäre ich euch sehr verbunden. Wir dürfen nicht so negativ sein. Denk an, wir sind Galaxie. Positiv, aber nicht so kompliziert. Nicht gegen etwas. Für keine Kirchen. Für keine Kirchen. Gebt Robin eine 100 Euro. Für 100 Euro. Für 100 Euro. So. Für 100 Euro. Das ist ein guter Slogan. Für Geld. Für Geld. Ja, ne, 100 Euro. 100 Euro ist schon Geld, aber noch nicht so viel Geld. Das ist so, dass du denkst, weil sonst sind wir wieder bei der Kirche. Guck mal, wenn du 100 Euro finden würdest, du denkst, 100 Euro. Aber ich würde noch nicht denken, dass jetzt gerade jemand arm geworden ist. Oh, 100 Euro. Wenn du die findest, würdest du zum Fundamt gehen oder würdest du die behalten? 20 Euro, glaube ich, würdest du sofort behalten, aber wenn jetzt einer sagt, oh, das sind ja die 100 Euro. Zum Fundamt? Naja, oder zur Polizeistattung und sagst, ich hab hier 100 Euro gefunden. Im Portemonnaie. Ich hab im Portemonnaie gefunden. Naja, oder im Portemonnaie und da sind 100 Euro dran. Ja, auf jeden Fall. Weil ich, ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Okay, ich wollte, ich wollte, das war quasi so. Das auch, ich würde mir Sorgen machen. Hat das jemand gesehen, komm ich jetzt ins Gefängnis. Ist das ein Prank von RTL, von ApoRed, der mich gefilmt hat? Man darf das alles nicht mit irgendwie, ähm, Wohlwollen oder, oder, oder Herzlichkeit oder gutem, weißt du, gutem Menschsein verbinden. Das ist einfach wirklich pure Panik. Ja, weil du würdest dich jetzt auch nicht um deinen Austritt da bei der Küche kümmern, wenn, wenn das jetzt einfach nur so ein Gutmenschending wäre. Wenn du sagst, ich möchte als Mensch besser denken. Naja, also es ist schon, dass gerade 100 Euro an homophobe Kackpratzen gehen. Das ist schon, das macht mich schon ein bisschen pisst. Also, Kackpratzen ist nicht negativ gemeint. Das war's. Die Ratsherren Folge 39. Wir hören uns dann hoffentlich bald wieder. Wie gesagt, bis zu diesem Stretchcode müssen wir gucken, wie wir das unregelmäßig irgendwie reinkriegen. Da können wir nichts versprechen. Ja. Wenn wir aber in die Pflicht genommen werden. Also, falls ihr regelmäßig wollt, geht zu patreon.com. Oh, das ist, das ist schön. Dankeschön. Ah, jetzt reicht's. Tschüss. 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 Tschüssi. 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 Untertitelung. BR 2018